So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt unseren Kanal wiedergefunden nach so langer Zeit. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, eurem tollen Podcast hier von der Crew der Eudere und Infinity. Ich bin's wie immer, der Basti und ich hoffe, dass ich nach so allzu langer Zeit auch den Tim heute wieder dabei hab, dass er wieder den Weg zurück ans Mikrofon gefunden hat. Tim, bist du da? Ja, hat er definitiv und wir sind offensichtlich komplett eingerastet, weil das er träumt, dieses Versuch ist, diesen Podcast zu starten. Ja, man musste ja auch, hat das ja alles schon wieder verlernt und wenn man dann so eine tolle neue Funktion bei Skype entdeckt, dann muss man da auch noch ein bisschen mit rumspielen. Oh ja, verstehe ich. Neue Spielzeug ist immer gut. Ja, Tim, wie ist es dir ergangen? Wir haben, keine Ahnung, seit, war es dieses Jahr im Mai, haben wir, glaube ich, das letzte Mal miteinander gequatscht und seitdem ist ein bisschen was passiert, habe ich so das Gefühl. Aber wie ist es dir in der Zeit so ein bisschen ergangen? Wir hatten mit Sascha gesprochen das letzte Mal und seitdem ist ja unheimlich viel passiert. Gerade serientechnisch ist unheimlich viel, also angesagt, also announced worden, wie man so schön sagt, also präsentiert worden. Es kommen neue Sachen. Wir haben Sachen gesehen, von denen wir damals nur am Rand gesprochen haben. Und der Versuch, das alles jetzt in diesem Podcast unterzubringen, muss scheitern. Deswegen lassen wir das. Ja, genau. Deswegen lassen wir das. Ihr hört heute quasi einen scheiternden Podcast, bei dem Versuch, alles seit Mai aufzuarbeiten. Und es kann nur schief gehen. Nee, deswegen, wie gesagt, wir versuchen gar nicht zu scheitern, deswegen, weil das nämlich unmöglich ist, lassen wir das und beschränken uns auf das Wichtigste, nämlich uns. Auf das, was so ein bisschen bei der Eudere passiert ist. Wie gesagt, da ist ein Haufen passiert. Wir waren auf x Außenmissionen, aber dazu später mehr. Erstmal müssen wir, glaube ich, über ein eher trauriges Thema reden, Tim. Ja. Es ist wieder eine große Star Trek-Schauspielerin von uns gegangen. Richtig. Michelle Nichols ist gestorben, und zwar am 30. Juli, im Alter von stolzen 89 Jahren. Ja. Und die Frau hat einiges erlebt. Also Michelle Nichols war insofern wichtig, als dass sie eine der wenigen schwarzen Frauen im Fernsehen damals in den 60ern war, die halt die Fahnen nach oben gehalten hat und gesagt hat, ey, wenn ich hier stehe, könnt ihr das eigentlich alle auch. Und wir müssen, müssen repräsentiert sein, wir müssen hier sozusagen vertreten sein und ich muss diese Fahne hier weitertragen. Das hatte sie eigentlich fast aufgegeben und sie erzählt, glaube ich, auch im Star Trek 25th Anniversary in der Doku, also im 25 Jahre Star Trek, erzählt sie, dass sie eine Begegnung hatte mit Martin Luther King, der ihr gesagt hat, wie wichtig ihre Rolle eigentlich ist. Und sie wollte schon raus aus der Serie und hat sich dann halt sozusagen breitschlagen lassen von diesem bekannten Mann, diese Rolle weiterzumachen. Wenn das denn stimmt, weiß ich ja nicht, ist nicht überprüfbar, aber ich vermute mal schon, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, weil es einfach sehr wenige, also so wie gar keine schwarzen Frauen damals in Serien gab, wenn überhaupt nur Männer. Und auch die spielten nur eine Randfigur und es war halt sehr wichtig, da sie halt ja in der Kerncrew sozusagen unterwegs war und dort auch eine prominente Rolle hatte und immer so als, zwar als Love Interest in irgendeiner Form galt, aber ganz wichtig war halt auch dieser, wie es damals geheißen hat, das sind nicht meine Worte, aber der erste Kuss zwischen gemischt rassigen Schauspielern. Ja, aber der im Nachhinein ja auch so ein bisschen eine fruchtbare Szene war. Ja, ja, dass die Folge schrecklich war, brauchen wir uns darüber nicht zu unterhalten, da hat man mal wieder das schöne schauspielerische Können von William Shatner gesehen, nicht. Aber der Kuss war halt trotzdem, auch trotz der Umstände, sehr wichtig und hat für einiges an Aufsehen gesorgt. Ich meine, da sind Verantwortliche bei, wie hießen sie damals, CBS, fast aus den Socken gefallen und wollten teilweise die Folge nicht mehr ausstrahlen aufgrund des Vorfalles. Man muss heutzutage sagen, ist das kein Vorfall mehr, aber damals ist man da mit einigen Leuten auf die Füße getreten und deswegen war das so wichtig. Vor allem in den Südstaaten halt, da gab es echt Leute, die, wie du meintest, wollten die Folge nicht ausstrahlen. Das ist schon, also für damalige Verhältnisse war das schon mein Stein der Fernsehgeschichte, also vor allem für die Vereinigten Staaten. Und ich denke mal, ihr Einfluss, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man einfach überlegt, wie viele Schauspielerinnen vor allem auch später meinten, dass sie denn, oder dass quasi Nichelle Nichols ein, der mit der Grund war, warum sie dann Schauspieler geworden sind oder Schauspielerinnen geworden sind. Whoopi Goldberg zum Beispiel hat das häufiger mal erwähnt, dass Nichelle Nichols einem wirklich ein großer Faktor war, Inspiration war und dass sie dann nachher auch Schauspielerin geworden ist. Und ja, nicht nur, also ihr Nichelle Nichols Einfluss ist ja nicht nur auf Schauspielerinnen begrenzt oder auf das Filmgeschäft, sondern sie hat dann ja später auch mit der NASA zusammengearbeitet, um halt auch Frauen in das Astronautenprogramm zu holen und das zu ermöglichen. Deswegen eine wirklich ganz große Person, die ich leider nie getroffen habe auf einer Convention. Ich auch nicht, aber ich bin ja auch nicht so der Konngänger, das bist ja eher du von uns beiden. Tatsächlich finde ich es sehr schade, dass sie in späteren Serien, also der 90er meinetwegen, kein Cameo mehr hatte. Wir haben da Leute wie The Forest Kelly, wir haben Spock, also Leonard Nimoy, gut, auch kein Bill Shatner und so, aber da sind ja einige aufgetreten und ich finde es halt schade, dass sie die Gelegenheit gar nicht bekommen hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Sie ist ja dann später in Renegade aufgetaucht, in einem Fanfilm. Genau. Habe ich nicht zu Gänze, zu Ende gesehen, weil ich es glaube ich auch nicht durchgehalten habe. Ich weiß aber nicht, das lag damals, ich habe ihn zu Studienzeigen gesehen, das lag durchaus immer im Englisch. Das war die Zeit, bevor ich im Tourismus gearbeitet habe, da war es noch nicht so gut. Ich habe Serien tatsächlich damals eher auf Deutsch geguckt und das war halt damals noch auf Englisch verfügbar, deswegen war das eher so, nee, das halte ich nicht durch. Aber muss ich wohl nachholen, weil ich, das hat mich jetzt wieder so ein bisschen daran erinnert, so da war ja was, sie hat ja noch was gedreht. Ja. Aber es wurde nach Star Trek und nach den Filmen relativ still um sie. Zumindest. Oder hast du was Neues, da anderes. Nee, nee, also aus meiner Wahrnehmung halt, ich weiß auch nicht, da hätte man sich vielleicht noch mal einlesen müssen, was sie sonst noch getan hat, aber also auf jeden Fall, was Star Trek angeht, wurde es halt relativ ruhig und das muss man auch mal überlegen, also in den Filmen war sie dann auch nicht mehr so prominent vertreten. Ja, was schade ist eigentlich. Also überhaupt die zweite Riege der alten Star Trek-Darsteller kommt leider in den Filmen relativ wenig zur Geltung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich glaube, in den Filmen haben sie sich dann einfach auf diese Formel zum Glück storytechnisch berufen. Das war ja immer das Triumvirat Kirk, Spock, McCoy, was ja ähnlich war wie in der Serie damals. Das haben sie dann einfach für die Filmserie weitergeführt und ja, da sind dann halt die anderen Schauspieler alle so ein bisschen im Hintertreffen gelandet. Leider. Ja, ich hätte mich auch gefreut auf jeden Fall, nicht ständig vielleicht später noch mal in einem Kamio zu sehen oder in einem Rückblick oder sowas. Wäre schön gewesen, aber it is wie es ist, sagt man so schön. Ja, ist schade. Genau. Eine großartige Person und ja, die alten Recken werden immer weniger. Jetzt sind es nur noch drei auf der Brücke. Ja. Naja, mal schauen, was man von denen noch so sieht. Wir hoffen jedenfalls, dass sie noch sehr lange unter uns weilen werden. Ja. Zu anderen, zu einem anderen Thema, Tim. Ja, uns genau. Wir nehmen uns mal den Fokus und gucken mal, was seit Ende Mai so passiert ist. Es ist einiges passiert. Es ist ein Wahnsinn. Ja, wir waren viel unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Wir waren auf Außenmissionen noch und nöcher. Das erste wäre die FEDCON und dazu kannst du mehr sagen. Ja, also wie gesagt, wir waren viel, viel on the road. Ähm, angefangen dieses Jahr mit der, mit der FEDCON, ähm, wo ich mit dem Tom und der Miri unterwegs war und die, unsere Freundin, die Amelie, war ja auch mit dabei. Ähm, waren wieder coole. Was waren es eigentlich, waren es vier Tage, ähm, äh, ja, wir sind Donnerstag hingefahren, wieder mit, 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 mit Toms Shuttle. Ähm, die, ist, ist immer eine ganze Strecke mit dem Ding nach, nach Bonn. Ähm, haben dann wieder uns da auf den Parkplatz gestellt und unsere Zelte aufgeschlagen, ähm, beziehungsweise den Tisch rausgestellt und Karl draufgestellt, ähm, was, was schon ganz cool war, weil wir kamen halt da an und, ähm, ja, sind dann erstmal schön mit, ähm, wie gesagt, am Donnerstag Nachmittagabend und da sind ja dann viele, viele auch schon da, viele Gäste und dann in dem, im Maritimhotel und dann sind wir halt, äh, einmal da vor dem Maritimhotel, ähm, in der, in der Einfahrt rumrum gefahren. Und dann schön mit, äh, Fenster auf und, ähm, Star Trek Musik an, nach dem Motto, die Euderian kommt, passt bloß auf. Und, ähm, was halt ganz cool war, dann so die Reaktion zu erkennen, ähm, oder mitzubekommen, wenn auch, äh, Dirk, ähm, Bartholomee hinten steht in der Ecke, quasi der Kon-Organisator, seine Lordschaft, äh, ähm, und, ähm, dann auch schon mal anfängt zu grinsen, das war ganz cool. Ähm, wie gesagt, dann haben wir uns da hingestellt, ge, ähm, angefangen, äh, aufzubauen und, ja, was, was ganz cool war, ähm, wir waren da keine paar Minuten und dann kamen schon, äh, Leute, die man irgendwie auch mal, ähm, so auf, auf Conventions, aus anderen Conventions getroffen hat oder irgendwie online kennengelernt hat, ähm, um die Ecke und dann ist man sofort ins Gespräch gekommen, ähm, unter anderem Frankie von der, ähm, Trinity-Gruppe, beziehungsweise Starfleet Legends, ähm, war, was wieder ganz super war, viele, viele andere Leute, ähm, gleich ins Quatschen gekommen. Ähm, ja, und da haben wir so mal den ersten Abend da verbracht und am nächsten Morgen, ähm, ja, dann, dann kam sogar, äh, Björn Sülter vorbei, dann haben wir mit dem kleinen Kaffee vom Camper getrunken, vor unserem, Camper, nein, vom Shuttle getrunken, ähm, ein bisschen geschnackt, ähm, Jens Dombeck war auch, äh, bei der Fatcon, der German Spock, auch, war, war auch super schön, ihn mal wieder zu sehen, äh, ja, viele Leute und dann, ähm, ja, ging's eigentlich dieses Mal bei uns, äh, wir hatten ja dieses Mal keinen eigenen Stand, das war ja im letzten Jahr der Fall, das hatten wir dieses Mal nicht, diesmal haben wir uns auf die Star-Gäste gestürzt, ähm, wir hatten uns ja alle diese Gold-Tickets geleistet, um da irgendwie ein bisschen Zeit zu sparen bei den ganzen Fotos und haben uns wirklich um, äh, Fotos bemüht dieses Mal. Ich musste von, oder gerade mal gucken, wie viele Gäste überhaupt da waren oder von wem man da eigentlich erwischt hat, das waren halt wirklich, die ganzen Niners waren da, Niner Visitor, ähm, ähm, Casey Biggs, äh, Max Hudenschik, der halt Rom gespielt hat, ähm, Ron Armstrong war da, der irgendwie mit, ähm, am meisten, ähm, Gastauftritte, was, was so Aliens, äh, angeht hat, ähm, das ist schon Wahnsinn, ähm, ja, Brent Spiner, äh, war da, Jonathan Frakes, da hab ich dann auch endlich meine Fotos und Unterschriften bekommen, die ich so ewig lange haben wollte, ähm, ja, ähm, Chris, Simon Peck war da, Christopher Eccleston, der, ähm, aus Doctor Who, also es waren wieder viele coole, interessante Leute da, ähm, also was so Gaststars angeht und die haben auch echt ein cooles Programm diesmal geliefert, also der, irgendwie das Highlight, ähm, meiner kompletten Con-Geschichte, die zwar noch nicht so lang ist, aber was soll's, äh, war irgendwie gleich am Freitagabend, ähm, das, äh, FatCon, äh, Star Trek Red Pack, das heißt, ähm, das heißt, ähm, da haben wirklich die, vor allem die Niners, ähm, Nenner Visitor, Casey Biggs, Von Armstrong und Max Rudenschick haben halt so ein bisschen einen auf, äh, ja, was ist das, Jazz und, äh, so Swing und so gemacht und, äh, ähm, haben da echt eine coole Show, ähm, gefahren und, ähm, das, also die, das Maritim hat gebebt, das war einfach Wahnsinn, das hat echt Spaß gemacht. Ja, ansonsten, ähm, ich muss halt echt überlegen, weil das ist echt schon wieder so lange her, ähm, es hat auf jeden Fall wieder verdammt viel Spaß gemacht, ähm, und wie auf jeder Con, du hast einfach null Zeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, du, du läufst halt dadurch, durch, durch, ähm, die, durch die Gänge und dann siehst du jemanden, den du kennst und dann, dann quatscht du mal irgendwie, äh, hier, äh, lass mal kurz quatschen, fünf Minuten und dann, aber mehr Zeit hat man auch nicht, weil man muss irgendwie schon wieder weiter zum nächsten Ding, ähm, und hetzt dann da durch und dann hat man halt nochmal bei Björn Sulte am Stand nochmal vorbeigeguckt, da auch nochmal kurz gequatscht und Reinhard Prahl und, ne, Thorsten Weich, wie sie alle heißen, die waren alle da, ein bisschen gequatscht, ähm, und dann rennt man auch immer schon wieder weiter, wie gesagt, es gibt immer an jeder Ecke irgendwas Neues oder ein neues Panel, was man angucken konnte, ähm, was interessant war oder halt viele Fotoshootings, die halt uns dieses Mal vor allem beschäftigt haben. Ja, und dann waren dann irgendwann die drei Tage Con auch schon wieder wie im Fluge vorbei und dann, äh, sind wir schon wieder nach Hause gejuckelt. Das klingt nach einem sehr aufreibenden Wochenende, also es klingt nicht so, als hätte ich eine Verschnaufspause bekommen. Äh, nee, also das ist ja bei einer Convention, ich weiß ja nicht, die meisten, die da hier zuhören, waren vielleicht schon mal da oder, ähm, spielen vielleicht mit dem Gedanken mal auf den Con zu gehen, äh, macht das auf jeden Fall, vor allem FatCon macht echt viel Spaß, das ist, ähm, doch ziemlich familiär, ähm, was man eigentlich gar nicht so, äh, erst mal für möglich hält, aber, ähm, du siehst halt jedes Jahr wieder dieselben Leute oder ein paar Neue sind dabei und dann siehst du halt alte Freunde, die du das Jahr über nicht siehst und kommst sofort ins Gespräch und ist eine super entspannte Atmosphäre, ähm, halt auch, weil die Gäste ja auch die Stargäste im selben Hotel, ähm, wohnen und dann sich ab und zu mal, äh, blicken lassen. Ähm, ja, wie gesagt, das, ähm, aufreibend, ja. Ähm, deswegen nehme ich mir auch nach einer Convention immer nochmal zwei, drei Puffer-Urlaubstage, weil du brauchst nach einer Convention erstmal ein bisschen Zeit, um auszuschlafen und runter zu kommen, aber das macht einfach, so ein Con-Wochenende macht einfach immer mega viel Spaß, ähm, deswegen, also ich denke mal, die nächste, nächstes Jahr, ähm, ist die FatCon wahrscheinlich wieder gesetzt, also das, da ist mehr, ich weiß zwar noch gar nicht, wer da kommt, aber vielleicht ist auch mal ganz gut, wenn da keine Stargäste kommen, die man jetzt, oder nicht so viele, die man unbedingt, von denen man unbedingt noch ein Foto braucht, weil sonst, das geht schon ziemlich ins Geld. Also, mein Konto schreit nach jeder FatCon, ich brauche eine Pause. Ja, wir werden sehen, also wie sich die FatCon, ähm, entwickelt, beziehungsweise was, wie es nächstes Jahr aussieht, denn wir sprechen nachher noch über eine, einige andere Entwicklungen, die das vielleicht so ein bisschen befeuern könnten, dass die FatCon da so ein bisschen hervorsticht. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Ähm, wir bleiben noch so ein bisschen bei Derry News, also es war ja nicht die einzige Außenmission, wir waren ja auch in, auf Rügen und haben dort mit der Crew zusammen Urlaub gemacht, da ist jetzt nichts Großartiges passiert, Karl, ja, der war mit dabei, glaube ich, Karl ist ja eigentlich immer mit dabei und die Crew hat Rügen quasi unsicher gemacht und überall kleben jetzt, nein, in der Politik heißt es doch immer, wir haben uns in Klausur begeben und an wichtigen Themen gearbeitet, vor allem an der lokalen, ja. Ja, ja, merkwürdig sind wir in Ortenstadt, wo man eigentlich Urlaub macht. Ja. Ganz seltsam. Und wir haben auf jeden Fall, haben wir, ich glaube, wir haben ein bisschen am Film gearbeitet, an unserem aktuellen. Ja, also wir haben uns zumindest zusammengesetzt, gebrainstormt, Ideen ausgetauscht und geguckt, wie wir gewisse Dinge vielleicht ändern, beziehungsweise wie wir gewisse Dinge planen, vielmehr. Ja, fand ich auf jeden Fall eine superschöne Sache, auch mal mit den Leuten so unterwegs zu sein, außerhalb von, ja, eigentlich Star Trek Terminen oder drehtechnisch oder Fangeschichten, sondern auch mal so ein bisschen entspannter unterwegs zu sein und auch mal ein bisschen so die Freizeit miteinander zu verbringen. Vor allem, weil auch sowas ja dann auch immer wieder coole Ideen entspringen, wenn man mal irgendwie, wenn das Unterbewusstsein mal ein bisschen für sich ist und man so ein bisschen relaxt und dann kommen halt immer die coole Ideen, wenn man sich nicht so extrem drauf irgendwas konzentriert und dann irgendwann eine Denkblockade hat. Ja, zumal man sie dann auch gleich austauschen kann und sagen kann, hey, was hältst du denn davon, wenn wir das so und so machen, beziehungsweise ich habe irgendeine Idee, wollen wir das so machen? Oder hier, was hast du dir dabei gedacht? Ja, Frechheit, genau. Also dann kann man das halt direkt ansprechen. Das ist halt schon von Vorteil. Ja, nee, ich fand's wieder sehr schön, vor allem dann auch mal wieder schön Dampflok zu fahren auf Rügen, was man halt immer so machen muss, wenn man da ist oder mal ein bisschen die Landschaft sich anguckt. Nee, das war schön, kann man gerne wiederholen. Vielleicht irgendwann mal auf einer anderen Insel, das darf jetzt aber mein Papa nicht hören, aber irgendwann ist Rügen halt. Ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Podcast lauscht. Na, ich hoffe. Also eigentlich sollte er das als, ja, egal. Nee, war auf jeden Fall super schön und jederzeit gerne wieder. Dann kam auch schon bald ein neues Event, Tim. Ja, die Vision hat uns eingeladen, nach Münster zu kommen, um dort in der Stadthalle von, wie hieß der Ort? Hiltrup. Also das ist ein Stadtteil von Münster. Klingt jetzt auch gar nicht so unbekannt, weil, also ich hatte davor schon irgendwie den Namen im Kopf wegen einer anderen Sache. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Jedenfalls ist das dort ein entsprechend großes Gelände. Kein Vergleich jetzt mit dem ICC in Berlin, aber immer noch ausreichend großen, da auch so eine Konne von solchen Ausmaßen finden zu lassen. Die Vision ist ja eigentlich eine Charity-Veranstaltung, beziehungsweise ist eigentlich eher so auf Pädagogik ausgelegt für ein junges Zielpublikum. Da versucht man anhand von sogenannten Außenmissionen dann den Leuten Biologie, also den Leuten, den Kindern Biologie, Geologie und andere Naturwissenschaften beizubringen. Das ist eigentlich so. Okay, das ist keine Wissenschaft. Ja, wir sind jetzt aber nicht, das ist falsches Franchise, so eindeutig. Und was wäre, was wäre Star Trek ohne Geologie? Also ohne Gesteinsproben würden die gar nicht weit kommen. Egal. Steine sind wichtig, um sich zu heizen oder um zu wärmen in der Nacht, wenn man den mit einem Phaser zum Glühlen geschossen hat. Gerade in diesen Zeiten. Ähm, ja. Dieser Ausrutscher. Genau. Ja, erzähl weiter. Wir waren dort wieder mit dem Camper unterwegs, also ihr vor allem. Wir haben uns ein Hotel in Emsdetten, glaube ich, gemietet. Das ganze Hotel? Nee, nicht das ganze Hotel, das wäre schön. Dann hätten wir nämlich Ruhe gehabt. Nebenan war ein Restaurant. Und das hat man eigentlich nicht gehört, aber die Straße war zu hören, obwohl es nur eine zweispurige war. Es war halt aber so eine wichtige Straße, dass da sämtliche Laster und LKWs lang mussten. Und wir das halt immer mitbekommen haben. Die Betten waren zweifels ungemütlich, aber ist jetzt auch völlig irrelevant. Wir sollten über den Event an sich reden. Der wurde halt von Leuten organisiert, die sowas vorher noch nicht gemacht haben. Und ja, das hat man sicherlich in irgendeiner Form gemerkt und es hat nicht alles gepasst. Manchmal hat die Orga nicht gepasst. Aber sie hatten nette Gäste, wie zum Beispiel Mark Ellen Shepard. Ich weiß nicht, ob der auf der FedCon war. Nee, war er nicht. Und das war wirklich ziemlich Überraschung. Also ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet. Und ich glaube, auch viele nicht. Das war echt cool. Also Mark Ellen Shepard, wer ihn nicht kennen sollte, sollte, shame. Das ist nämlich der großartige Schauspieler von Morn, dem netten Lurianer, der immer bei Quark bei Deep Space Nine in der Bar sitzt und angeblich so viel redet. Aber der zufälligerweise nie onscreen etwas gesagt hat. Auch wenn es die deutsche Synchro irgendwann mal gemacht hat, was niemand versteht. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, der war auch da und hat ein kleines Pendel gehalten. War auch sehr nahbar. Also der ist dann wirklich auch da durch die Halle gelaufen. Hat sich mal so die Stände angeguckt. War auch bei uns. Wir hatten ja, das hast du noch gar nicht erwähnt, da hatten wir nämlich einen schönen Stand in der Haupthalle. Und da hat er dann auch mal bei uns vorbeigeguckt. War ganz cool, fand ich. Auch das, also der wohnt ja auch in Deutschland, deswegen ist es wahrscheinlich, dass er dann auch mal vorbeikommt bei sowas. Aber nee, cool. Musst du ja auch erst mal organisieren, den guten Menschen. Ich werde euch jetzt fragen, was wir da gemacht haben auf dem Stand. Also wir hatten einen Greenscreen aufgebaut und sechs vorgerinnerte Hintergründe standen zur Verfügung, damit sich Leute kostenlos da hinstellen könnten mit ihren Kostümchen und ihren Uniformen und da Fotos schließen konnten. Die haben wir dann per Mail verschickt. Das war eigentlich, das wurde auch sehr, sehr gern genommen. Ganz viele Leute waren da und haben dann auch Fotos gemacht, die wir ja mit Bastis relativ professioneller Kamera gemacht haben. Also ich nicht, weil ich darf nicht. Das hat dann immer wer anders gemacht. Und ich habe auf den Zwerg aufgepasst. Der lief dann da auch rum und hat Bekanntschaft mit einem sehr pinken R2D-Zoo gemacht. Also das heißt, Star Wars war da sehr übermäßig repräsentiert, obwohl die Vision ja ein Verein ist, der sich auf Star Trek bezieht. Star Trek-lastig. Eine Star Trek-Gruppe eigentlich. Das fand ich jetzt wirklich auch ein bisschen, also es gibt ja auch ein Video, was das alles so ein bisschen zusammenfasst. Ein schönes Musikvideo haben sie dann im Nachhinein erstellt von der Veranstaltung, auch mit viel Cosplay und so. Aber das war auch sehr Star Wars-lastig. Und auch was so die Fangruppen angeht, war da, also so viel Star Trek war da nicht. Also ich glaube, wir waren die einzige große Gruppe mit Stand. Und dann hat man halt so ein paar Leute gesehen, so von Dreckt in der Oldenburg. Da waren viele da, so halt aus der Gegend. Was aber auch cool war, weil die dann mal direkt zu treffen und auch mal so live und in Farbe mit denen quatschen zu können und nicht quasi in Anführungsstrichen nur über gewisse Facebook-Gruppen oder halt wirklich online, sondern wirklich die Leute mal live zu sehen und da vor Ort ein bisschen mit den Leuten quatschen zu können. Das war ganz cool. Aber ja, ein bisschen mehr Star Trek hätte es gerne vertragen können, finde ich. Ich glaube allerdings, dass man den Veranstaltern da wenig Vorwurf machen kann. Also wir hatten ja schon mal mit der Lorelei gesprochen. Und bei allen Gesprächen, die wir mit anderen Fangruppen geführt haben, fielen mir immer wieder auf, wie wenig vernetzt die Gruppen untereinander sind. Und ich glaube, das ist einfach schwierig. Ich glaube, nicht mal die Slavdead Legends-Leute waren da. Ich weiß nicht, ob die nicht eingeladen wurden, aber ich glaube, die Gruppen untereinander sind sich nicht bekannt zum großen Teil. Ja, wobei, also bei den Oldenburgern und so, man weiß halt, dass sie existieren, aber dann ist da halt auch nicht viel untereinander wahrscheinlich. Ja, also deswegen bekannt. Ja, aber Kennen ist dann nochmal was anderes. Dieser rechte Kontakt fehlt halt. Und das wäre halt der Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, dass es ganz cool war, dass wir halt da waren, um halt auch mal so aus unserer Berlin-Brandenburger Einflusssphäre rauszukommen und halt auch mal vor Ort in Westdeutschland schönen Kontakte zu knüpfen, halt auch mit Leuten, die man, wie gesagt, sonst nur aus dem Internet kennt und mal so mit denen geschrieben hat, wenn überhaupt. Und dann auch mal mit denen quatschen kann. Und das war halt ganz schön. Vor allem, wenn du halt dann auch mal so die Reaktionen mitbekommst. Also auch, wenn dann die Leute erst mal sich massenhaft bei uns fotografieren lassen, was echt cool war. Ich werde auch mal ein paar von den Fotos dann hier in die Shownotes posten. Das ist echt ganz gut angekommen. Vor allem ist das schön, wenn man die Fotos dann später auch überall im Internet findet. Ach, guck mal, das war von uns. Nee, aber auch so die Reaktion, wenn die Leute an unserem Stand sind und dann sich Karl angucken oder wir hatten ja auch einen Fernseher dabei, wo wir dann unsere Fanfilme haben laufen lassen. Und wenn die Leute dann zu uns kommen und meinen, ey, guck mal, bei euch sehen die Fanfilme wirklich und oder auch wenn sie die schon kennen und meinen, ey, eure Fanfilme, die fühlen sich auch noch an wie Star Trek. Und dann ist das schon ein großes Lob, finde ich. Und dann kriegt man halt nochmal das direkte Feedback. Ja, ich hatte da ein seltenes Gespräch mit einer jungen Dame, die teilweise mitsprechen konnte. Und das fand ich, also da dachte ich so, boah, okay, das hatte ich so noch nicht. Da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Die hat unsere Filme mitgesprochen. Nein, also im Sinne von, sie konnte sie nachsprechen, weil sie sie so oft gesehen hatte. Und sie konnte die Szenen sozusagen nochmal Revue passieren, lassen im Gespräch. Und das fand ich, das fand ich stark. Also es war wirklich, das war, das war irgendwie ein schöner Moment so, dass du Leute triffst, die das mögen, was du tust. Sozusagen. Ja. Hier nochmal ein Shoutout an die junge Dame, mit der ich gesprochen habe. Du weißt, dass du gemeint bist, wenn du das hier hörst. War insofern schön, als dass man irgendwie einfach sieht, okay, man macht irgendwas richtig. Ja. Aber sonst hast du ja, also es schreibt ja, schreiben zwar Leute drunter, aber das sind ja namenlose Gesichter in irgendeiner Form. Eben. Und dann hast du halt mal die Gelegenheit, auch mal ein bisschen nachzuhaken und zu gucken, okay, wie kommt denn das an? Und wenn dann halt so positiv berichtet wird, dann nimmt man das auf jeden Fall mit. So nimmt man gerne mit. Ja. Vor allem weißt du dann, okay, das, was wir hier machen, macht irgendwie wirklich in Anführungsstrichen Sinn, beziehungsweise das motiviert dann halt weiterzumachen und sich dann wieder in die nächsten Filme zu stürzen. Ja, nee, das war ganz schön. Und alles in allem war das so an sich wirklich eigentlich auch ein schönes Event, weil es war halt auch sehr kinderfreundlich. Das wurde ja auch für Kinder gesammelt da, Charity-mäßig. Und also für uns war es eigentlich ganz schön. Also wie gesagt, dieses, was ich vorhin meinte, direktes Feedback bekommen mal von Leuten, die man nicht unmittelbar in der Umgebung hat und einfach mal aus Berlin-Brandenburg rauskommen. Also gerne, also so eine Events können wir gerne häufiger machen, also beziehungsweise die deutsche Fan-Landschaft bräuchte so eine Events wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, und wir werden nachher erfahren, warum. Aber dazu später noch. Ja, naja, wie gesagt, es gibt ja diese großen Cons wie FatCon, wo es geht, geht es um die Stars und um Neues und ist halt auch ein bisschen familiärer, klar. Aber diese kleinen Events und Conventions wie diese hier oder wie früher die Daedalus-Con, Anno dazu mal, die sind halt wirklich so von Fans für Fans als cooles Networking-Event. Und das ist halt cool. Und deswegen, nee, sowas gerne häufiger. Und ja, vielleicht auch mal, es gibt ja auch die Science-Fiction-Tage in Speyer jedes Jahr. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein cooles Event, was man als Crew auch nochmal besuchen könnte. Vor allem, weil da, also das ist, glaube ich, wirklich ein großes Ding und ein großes Cosplay-Event und ist ja in einem Technik-Museum in Speyer und da hast du auch viele coole Fotopunkte, zumindest von dem, was man halt immer so mitbekommen hat online. Und ich glaube, das wäre nochmal ein cooles Event, wo man sich vielleicht auch irgendwann mal gucken kann, ob man sich da nochmal mit einem Stand hinstellt. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Weil dieses Greenscreen-Ding ist halt nämlich wirklich echt gut angekommen. Vor allem halt auch da es halt kostenlos war und wir das einfach aus Spaß an der Freude gemacht haben. Das war schön. Was ich nochmal sagen würde, bemängeln würde, also wenn ich Kritik äußern müsste, wäre das die mangelnde Werbung, die sie gemacht haben. Also die nicht vorhandene. Eigentlich kann man fast sagen, ich weiß nicht, wie du, ob du das auf Facebook verfolgt hast. Da kam, glaube ich, nicht allzu viel. Ich habe in der näheren Umgebung der Stadthalle auch nichts gesehen, was darauf hinweist, dass hier eine Konststadt findet. Zur selben Zeit findet in Münster, also in der eigentlichen Stadt, ein großes Fest statt. Wir haben sind ja da durchgefahren, um Amelie zum Beispiel zum Bahnhof zu bringen und es war Land und Leute waren da unterwegs. Es war richtig knöppelvoll, während halt in Hiltrup nichts war. So und dass sie hätten… Da noch mal ein paar Trekkis rumlaufen müssen und die Leute woanders hinschicken. Ja, ja. Also zumal du halt auch irgendwann, also wenn du, gerade wenn du Kinder hast, dann eher auf so eine Veranstaltung gehst, auf so eine Con, anstatt auf so ein lautes, volles Event, wie ein Stadtfest. So. Es hätte halt, wie es nicht mehr passieren müssen, das werden die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, das wird die Vision auch wissen und deswegen denke ich mal, wenn sie noch mal ein Event in der Art machen, sind sie da hoffentlich besser aufgestellt. Ich vermute einfach mal, es war kein Budget für Werbung da. Also es kostet ja auch alles Geld. So ist es ja nicht. Aber man hätte halt über Facebook, wie es nicht mehr machen können. Ja, nicht nur das. Aber ja, wie gesagt, aber man steckt da ja nicht drin und es war ja die erste Convention, die sie organisiert haben. Deswegen fand ich das auch so schade, dass das da so ein bisschen untergegangen ist, vor allem in der Wahrnehmung nach außen. Und ja, also bei Facebook habe ich halt auch nichts davon gesehen. Ich wusste es halt, weil ich im Kontakt halt mit den Kollegen von der Vision stehe. Ja, aber das ist ja wirklich in der Wahrnehmung ist das mal ein bisschen untergegangen. Ich glaube, viele wussten einfach nicht, dass es existiert oder stattfindet. Und das war halt super schade. Und ja, aber wie gesagt, so eine Convention musst du erstmal organisieren. Und so eine Halle musst du erstmal füllen, auch mit anderen Gruppen. Und da gab es ja wohl auch nochmal ein paar Schwierigkeiten, dass ein paar relativ schnell oder kurzfristig abgesagt haben, was halt auch nochmal super schade ist. Aber ich glaube, wir haben da und auch vor allem die Veranstalter haben da eine Menge oder das Beste draus gemacht. Auf jeden Fall. Und ja, jederzeit gerne mal wieder. Und nach Münster ist ja auch immer ganz schön, auch wenn man von der Stadt immer nicht so viel sieht dann bei so einer Convention. Aber ja, so viel dazu. Auf jeden Fall, wie gesagt, für uns war es toll. Ja, liebe Vision, ein Ding noch. Wenn ihr Schriftsteller einladet, lasst die nicht in irgendeinem Nebenraum verkümmern, sondern holt sie in den großen Sarai, weil die brauchen das. Also ich habe die da besucht in diesem kleinen Räumchen und dachte mir so, hier bist du schon ein paar Mal vorbeigegangen, gehst aber bist da gar nicht reingegangen. Und ich hätte, also ich glaube, wenn ich öfter da vorbeigelaufen wäre, hätte ich ein Buch gekauft. Einfach weil, wenn man ins Gespräch kommt und so weiter, die hätten in der großen Haupthalle besser aufgehoben gewesen. Ja. Also ohne Scheiß. Und auch für die, deswegen ist es halt super schade. Und Reinhard Prahl war ja auch da vom Verlag in Farbe und Bunt, der demnächst übrigens ein Firefly-Buch rausbringt. Es ist die letzte Firefly, übrigens auch eine Serie, die wir gerne nochmal besprechen könnten irgendwann, weil das ist eine großartige Serie, auch wenn sie nur eine Staffel hatte. Aber ja, der war auch da und war auch wieder cool, mal mit ihm quatschen zu können, auch mal ein bisschen länger. Deswegen, also es war auch wieder eine sehr familiäre Nummer. Aber ja, wenn man so eine Leute hat, zeigt die den Leuten und sagt, dass die da sind. Das wäre schön. Also trotz all der Kritik war es tatsächlich ein ziemlich rundes Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss halt immer sagen, das haben Leute auf die Beine gestellt, die sowas vorher einfach noch nicht gemacht haben, die mit Marketing nichts zu tun haben. Und dafür war es gut, ganz ehrlich. Also sie haben sich wirklich richtig dolle Mühe gegeben. Genau. Von Münster. Machen wir den Weg zurück nach Berlin und auch nach Brandenburg, denn wir gucken, was bei der Euderian drehtechnisch passiert ist. Genau. Unter anderem Stichwort Kiesgrube. Basti, was fällt dir dazu ein? Was mir dazu einfällt, ein ziemlich cooler Dreh. Man hat wahrscheinlich jetzt durch das halbe Jahr, wo es relativ ruhig war bei uns, da haben sich dann auch viele wahrscheinlich gefragt, kommt da mal wieder ein Film oder was passiert da jetzt eigentlich so hinter den Kulissen? Und ja, es kommt ein neuer Film. Wir sind auch fleißig dabei zu arbeiten, beziehungsweise haben jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Ende Mai, also kurz nachdem ihr unseren letzten Podcast hören durftet, haben wir nämlich unsere erste Szene gedreht, Tim, in der Kiesgrube in Berlin-Grunewald. Und es war gut, dass wir das damals gedreht haben. Denn ja, jetzt kommt man inzwischen wieder in den Grunewald oder nicht? Da gab es ja ein bisschen Probleme bei uns in Berlin mit Waldbrand und Sprengplatz. Ja, ja, ich hol da gerne ein bisschen aus. Und zwar war das direkt an meinem Geburtstag am 4. August, hörten wir in der Ferne irgendwas brodeln. Also wirklich ohne Scheiß, als wäre da der Krieg ausgebrochen. Und dann sagt die Brina so, naja, da brennt es gerade so im Grunewald. Und ich so, hä, wie kann das dann brennen? Also klar kann halt passieren, weil Trockenheit und so weiter, aber das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Das Problem war, dass da ein Munitionslager liegt. Fragt mich bitte nicht, warum im Grunewald ein Munitionslager liegt, ist die beschissenste Stelle. Weil da niemand wohnt, das war immer die Begründung. Weil da niemand wohnt, ja, genau. Ist die beschissenste Stelle, um überhaupt ein Munitionslager hinzusetzen. Genauso beschissen wie Bitten in der Stadt oder so. Aber da, es hat halt Gründe, warum das so ist. Aber nichtsdestotrotz hat das halt dazu geführt, dass wir, wenn wir jetzt geplant hätten, im August in die Kiesgrube zu gehen, dann nicht hätten drehen können. Ich glaube nämlich auch, der Grunewald ist immer noch zu oder haben sie den inzwischen wieder aufgemacht? Ja, der ist immer noch zu. Das ist halt immer noch das Problem, dass es dieses Munitionslager dort gibt und du musst halt alles da wegschaffen. Naja, vor allem sind da jetzt einfach viele durch den Brand und die Explosion, das war halt ein Sprengplatz und da sind halt viele Bomben hochgegangen und diese ganzen Munitionsteile liegen jetzt halt schön verstreut im Grunewald und deswegen lassen sie da jetzt erst mal bis auf absehbare Zeit, glaube ich, niemanden rein. Aber ein Hoch auf unsere Planung, wir waren früher da. So ist es. Und so ist halt diese Szene fertig geworden, worauf wir auch sehr stolz sind, weil das echt gut geworden ist, denke ich. Denke ich auch. Das war halt, was wir immer mal wieder angerissen haben, dass wir jetzt mehr und mehr auch mal Außendrehs haben wollen, um halt ein bisschen weg vom Green Screen zu kommen. Wir wollen den bestimmt nicht komplett abschaffen. Das wäre, glaube ich, Blödsinn. Aber dass man halt mal sich ein bisschen weiterentwickelt, auch einfach mal ein bisschen kreativ gefordert wird. Ah, wo könnte man denn noch drehen? Wo gibt's coole Locations? Und gerade in Berlin-Brandenburg gibt's, glaube ich, ein paar coole Orte, wo man drehen kann und dann auch mal ein bisschen Alien-Planeten-Feeling rüberbringen kann. Und so halt in dieser Gießgruppe im Berlin-Grunewald, da haben wir quasi die erste Szene von dem Film gedreht. Und Protagonisten waren quasi du, Tim, wenn du dich noch erinnern magst. Und Miri. Möchtest du ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten? Wie war es für dich, dort zu drehen? Und vielleicht auch so, ja, war's cool für dich? Hast du dich da wohl gefühlt oder eher nicht? Magst du's lieber vor dem Greenscreen? Und vor allem, wie hast du dich gefühlt im Vergleich zu unserem letzten großen Außendreh auf dem Steg des Todes? Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ich wollte noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast. Coole Locations in Brandenburg. Also Leute, wenn ihr Star-Wars-Fans seid und ein Star-Wars-Hump drehen sollt, Dalgo Döbritz ist die Wüste Gobi Brandenburgs. Also da kann man locker Tatooine drauf spielen lassen, wirklich. Nur Sand. Furchtbar. Hoffentlich sind jetzt die Leute aus Dalgo Döbritz nicht offendet, wenn die das hören, aber ja, wir sind da mal durchgestiefelt. Es war einfach grauenhaft, der Sand, der sich da an den Beinen, beziehungsweise in den Füßen sammelt. Aber zurück zu deiner Frage, zu deiner Hauptfrage. Wir hatten, glaube ich, noch diesen Rieser-Jetlag. Also man erinnert sich an den sogenannten, du hast es bezeichnet, den Steg of Doom. Ja, den Steg of Doom. Gesamt Berlin war in den Wochen auf dem Ding unterwegs und wir wollten da drehen. Und das lag uns, glaube ich, noch so nach den Gesprächen, die ich so am Anfang mitbekommen habe, in den Knochen. Also alle hatten irgendwie Angst, dass das komplett in die Hose geht und wir ständig irgendwelche Leute im Bild haben, was am Ende aber nicht der Fall war. Und ich glaube, das lag uns so ein bisschen auch in den Knochen, als wir diesen Dreh angegangen sind. Dementsprechend waren wir nervös, glaube ich, bis zuletzt. Wir sind einfach super früh schon dahin gefahren. Ich glaube, sechs Uhr morgens oder so, am Wochenende. Das hat zu lauten Beschwerden von seitens Tom geführt. Der ist das nicht gewohnt. Und deswegen, ja, wenn du ein Kind hast, ist das erstmal so. Das ist halt normal. Normale Aufstehzeit. Und die normalen Leute in Anführungsstrichen gehen halt nicht früh, am Samstag um sechs raus in die Kiesgrube. Nein, richtig. Deswegen hatten wir das genutzt. Es war ja auch, im Mai geht die Sonne logischerweise ein bisschen früher auf. Und du hast dann halt noch ein bisschen besseres Licht. Also wenn wir jetzt um fünf Uhr oder um sechs Uhr da hingehen würden, müssten wir wahrscheinlich Markbeleuchtung mitbringen, um das irgendwie auszuhebeln. Und deswegen war es gut, dass wir da im Mai gedreht haben. Also es wirklich war in weiser Voraussicht getan worden. Ja. Und wir hatten, glaube ich, überhaupt keine Probleme mit der Textsicherheit. Denke ich mal. Also ich glaube, nicht mehr als sonst. Und das war für mich überraschend, weil das so, ich glaube, dieser Dreh wurde kurz vor Ultimo festgelegt. Das war relativ knapp, glaube ich. Wir hatten zwar so überlegt, wann wir irgendwie das machen so, aber wir waren ja auch lange unterwegs und haben eine entsprechende Location gesucht. Also ich kann mich auch an die Tour erinnern, wo wir das gesucht haben. Und das war halt, also war kurz vor knapp so. Und deswegen hat es mich sehr überrascht, wie gut wir da durchgekommen sind eigentlich. Also ich hätte auch gedacht, okay, wir brauchen noch einen zweiten Tag. Ja, aber nee, also eigentlich hat ja wirklich alles geklappt und sogar das Wetter hat gehalten. Das ist ja bei Außendrehs auch immer so eine Sache, wenn es anfängt zu regnen, das macht dir den ganzen Zeitplan kaputt. Aber das hat alles ganz gut funktioniert. Und ich glaube mittags, vom frühen Nachmittag waren wir dann auch wirklich durch. Und dann haben wir halt auch gemerkt, da wird es dann wirklich langsam voll. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gedreht. So gedreht, dass die Leute, die da waren, wirklich nicht zu sehen oder auch zu hören sind, beziehungsweise waren. Und ja, haben eigentlich alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und haben jetzt auch schon eine weitere Szene vor ein paar Wochen gedreht, die dann wieder ganz klassisch vor Greenscreen. Und so Step by Step arbeiten wir uns jetzt durch unser Skript. Das ist diesmal wieder, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Nächstes Wochen, also jetzt Mitte September ist wieder ein Dreh geplant. Zwei Tage, anderthalb mal schauen. Und ja, dann schauen wir mal, dass der Film dann auf jeden Fall dieses Jahr noch abgedreht wird. Das wäre auf jeden Fall super, dass unser Thomas da auch in die Nachbearbeitung und ich dann in die Nachbearbeitung gehen können. Das wäre ganz cool. Ansonsten planen wir natürlich noch so ein paar kleine andere Sachen. Da muss man immer schauen, wie das zeittechnisch dieses Jahr noch klappt. Denn das Jahr hat auch nicht mehr so viele Monate. Das stimmt. Wir sind mittlerweile im September angekommen und der Herbst steht bevor. Also der Sommer verabschiedet sich langsam gerade. Und wir gucken Richtung Kürbiszeit. Sagen wir auf jeden Fall, wenn es jetzt Herbst wird, dass die Temperaturen auf jeden Fall drehfreundlicher werden, auch im Greenscreen oder vor dem Greenscreen unten. Das heißt, wenn jetzt die Termine alle dann so langsam alle hinhauen, dann sollten wir das auf jeden Fall dieses Jahr noch abdrehen können. Und dann kommt er dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, besten Fall im Frühjahr, Sommer raus. Basti, wir waren schon wieder im Kino. Was heißt schon wieder? Das war... Lang, lang ist es her. Wobei, bei mir so lange war es gar nicht her, weil... Siehste, siehste. Ich habe vor zwei Wochen erst die Känguru-Chroniken geguckt. Da schauen wir. Die Känguru-Verschwörung. Genau. Die Chroniken war der erste. Genau. Übrigens sehr, sehr zu empfehlen. Sie fahren auf eine Verschwörungskonvention und mehr sage ich dazu nicht. Ach, schön. Ja. Wer es nicht kennt, hört euch die Känguru-Chroniken an, die Bücher, die Hörbücher und geht ins Kino. Aber das haben wir beide nicht zusammen gesehen. Richtig. Wir haben zusammen tatsächlich einen sehr alten Film gesehen, der vor 40 Jahren das Licht der Kinoseele erblickte. Und zwar handelt es sich hier um Sartre 2, Zorn des Kahn. Und den habe ich zuletzt tatsächlich 2017 gesehen. Und zwar war das ein Guckversuch, weil meine Frau sollte den auch sehen. Und ich glaube, wir mussten nach der Hälfte ausmachen, weil er sagt, ja, halt. So, also, es war der... Meinte sie Fettner, Montalbahn oder den Film? Alle. Für sie war der, glaube ich, einfach schlecht gealtert. Also, ich kenne den ja schon und also, ihr habt ihn etliche Male gesehen. Ja. Ich will das jetzt hier nicht aufzählen, wie oft so, weil ich das selber nicht mehr weiß. Aber sie konnte mit den Schauberten, die der Film bot, glaube ich, nicht viel anfangen. Einfach, weil man den Kulissen natürlich die Zeit ansah, in der das gedreht worden ist. Aber ich persönlich finde das nicht schlimm. Wir haben uns jetzt also diesen Film angeguckt, den Directors Cut. Und ich muss sagen, die neuen Szenen, die fallen natürlich raus so ein bisschen für mich, weil sie neu synchronisiert worden sind. Man merkt das halt immer so, dass, okay, jetzt habe ich hier eine neue Szene. Es gibt andere Filme, wo das halt nicht das Problem ist, weil die Sprecher noch leben. Und bei den 40 Jahren halt einen Film hast du, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Synchronsprecher von damals nicht mehr am Leben sind, leider. Und du hast halt immer das Gefühl gehabt, dass diese Szenen zusätzlich wie aufgesetzt wirken und den Film auch in die Länge gezogen haben, weswegen sie zu Recht aus dem Film rausgeflogen sind. Und ich kann nur jeden warnen, sich den Directors Cut tatsächlich anzugucken. Also ich fand persönlich, ich hätte diese Szenen nicht gebraucht. Also vielleicht würdest du das nochmal anders, das müsste man mal den Vergleich machen, dass man sich den mal im Originalton anguckt. Weil es ist jetzt natürlich für uns, glaube ich, so, dass diese neuen Szenen extra halt raus oder auffallen, weil wir sie in Synchrofassung gesehen haben. Und dann einfach, ja, wenn dann plötzlich mitten im Satz der Sprecher wechselt, dann reißt das einen natürlich raus. Das, finde ich, hat ein bisschen rausgerissen. Beziehungsweise dann, ja, im Flow einfach gestört, um sich den anzugucken. Ansonsten fand ich das schon ganz schön. Also es gibt so ein paar, also die ganzen Szenen, die da reingekommen sind. Das waren vor allem Szenen, die man sonst so im Bonus-Material gesehen hat, als, ja, Szenen, die rausgefallen sind. Das heißt, so ein bisschen mehr um Scotty's, was war's, Neffe oder so, der da jetzt irgendwie auch als Kadett auf dem Schiff dient, auf der Enterprise. Das ist das Einzige, was ich positiv damit rausgenommen habe, dass ich das jetzt weiß. So, weil das vorher ohne die Szenen gar nicht, also, dass man das hat gar nicht mitbekommen, dass die in verwandtschaftlichen Verhältnissen zueinander stehen. Genau, das hat man vorher nie, nie, nie gewusst und jetzt bringt das nochmal so ein bisschen mehr Tiefe. Du hattest während des Films erwähnt, Kirk hat's verkackt. Und ich könnte mir keinen Reim noch machen, was du damit meinst. Meinst du jetzt inhaltlich, dass er sozusagen gegen Kahn versagt hat oder meinst du das auf einer anderen Ebene? Nein, nein, das, ich meinte nur, Kirk hat's in dem Film einfach total verkackt, weil... Das sagt er auch jetzt selber so. Die Hosen haben sie uns runtergezogen. Ja, und das, obwohl er drauf hingewiesen wurde. Nein, es geht um die Szenen, wo sie zum ersten Mal die Reliant anfliegen und sie eigentlich schon irgendwie merken, irgendwas stimmt nicht und die Reliant antwortet nicht. Und dann zitiert ja sogar Savick noch die Dienstvorschriften nach dem Motto, wenn keine Kommunikation hergestellt werden darf, müssen irgendwie Schilder aktiviert werden und so und Gegenmaßnahmen schon mal vorbereitet werden. Hat er nicht gemacht. Kirk ignoriert das und guckt sie nochmal blöde an, dass sie das überhaupt so erwähnt hat, beziehungsweise Spock guckt sie auch noch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen blöd an. Und im nächsten Moment, irgendwann merken sie dann, oh, sie aktivieren die Waffen und dann kriegen sie natürlich ihre Schilde nicht mehr hoch. Und deswegen, dieser Film wäre einfach mal um die Hälfte kürzer, hätte Kirk einfach die Schilde aktiviert, rechtzeitig, so wie es in den Vorschriften steht. Richtig, ja, ja. Aber davon, ja? Die Szene macht jetzt, glaube ich, auch mehr Sinn, weil er dann nachher sagt, wir müssen lernen, wie was auf einem Raumschiff funktioniert. Und er meint damit, glaube ich, auch sich selbst, dass hin und wieder diese Vorschriften ja auch da sind, um die Leute zu schützen, so ein bisschen. Und das ist mir leider zu kurz gekommen, fand ich. Das ist das Einzige, also eine der wenigen positiven Sachen, die mir der Directors gerade gegeben hat, dass ich diese Szene jetzt irgendwie in einen besseren Kontext setzen kann. Aber war die neu? Die war nicht neu. Weiß ich nicht. Oder ich habe mich aufgepasst in all der Zeit, in der ich die schon mehr mal gesehen habe. Die war immer schon so. Nee. Deswegen, Kirk hat schon seit jeher verkackt. Naja, aber davon abgesehen. Das hat er dann aber auch schon vor 40 Jahren. Ja. Nee, aber ich fand vor allem schön, weil ich hatte den Film ja vorher auch noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Ich auch nicht. Und das fand ich halt schön, mal diesen Film wirklich wirken zu lassen, auf dem großen Screen, in Kino-Atmosphäre. Und was einfach interessant ist, du erkennst auf einmal, was hinten auf irgendwelchen Schildern steht. Total geil. Und auf der Grissom ist mir sofort aufgefallen, was mir irgendwie seit x Jahren nie aufgefallen ist, dass da ein Schild steht, bitte rauchen jederzeit auf der Brücke verboten. Das heißt, auch im 23. Jahrhundert rauchen die Filtern nicht. Genau. Vor allem, mich würde mal interessieren, wo sie ihre Raucherecken haben auf dem Schiff. Haben die auch so einen kleinen Container, wie bei der Deutschen Bahn auf den Glaskästen? So Kreise, wo sich die Leute reinstellen. So eine Gehege für Raucher. Genau. Ja, nee, sowas ist halt schön, dass man da mal ein bisschen genauer sieht. Was da alles noch so im Hintergrund passiert. Nee, wie gesagt, also mir, also ich finde den Film immer noch großartig und hat mir super, super gefallen. Ja. Und wie gesagt, mal dieses Kino-Feeling ist... Auf jeden Fall, das ist unbezahlbar. Und das sollten sie auf jeden Fall häufiger machen, auch mit den anderen Filmen, die mal ein bisschen häufiger zeigen. Ich habe tatsächlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn den Trailer, den wir gleich besprechen werden... Hast du dir die Sterne im Intro genauer angeguckt? Das kam mir wahnsinnig bekannt vor. Jetzt, wo wir den auf der großen Leinwand im Kino gesehen haben. Also die Sterne, die im Lorelei-Teaser zum Film Monster drin sind am Anfang. Das ist aus Star Trek 2, Zornes Kahn. Ich saß im Kino, habe den Trailer jetzt wieder gesehen, also den Trailer zu Lorelei zum Film Monster und dachte so, das kennst du doch, die Sterne kennst du doch, diese Sequenz kennst du doch, das ist doch Star Trek 2, Zornes Kahn. Ach, echt? Ja. Okay. Guck, vergleich das mal. Guck dir das mal an am Anfang und vergleich das mal mit dem, was die Lorelei da mit reingenommen hat. Die haben im Prinzip nur ein anderes Farbschema oder ein paar andere Effekte draufgeklatscht, aber es sind genau die gleichen Sterne. So. Du kannst ja, während ich mir diesen Trailer nochmal angucken, kannst du ja kurz erzählen, worum es in diesem Trailer geht und wer die Lorelei eigentlich nochmal ist. Die Lorelei? Oh Mann, du hast recht. Oder? Oder? Also es sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus. Ja, tut uns leid, Benjamin, wir haben dich erwischt. War auf jeden Fall eine coole Anspielung. Ja, war sehr schön. Wir haben auch in einer Kiesgruppe gedreht oder sowas. Ob sie es jetzt im Film verwenden, weiß ich ja nicht. Das kann auch nur für den Teaser gewesen sein. Warum auch nicht? Aber der Film verspricht, auf einer gewissen Ebene spannend zu werden. Ich dachte erst, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn gleich zweimal gesehen, warum muss es jetzt schon wieder das Monster sein, das da durch die niedersächsischen Wälder getrieben wird. Ich nehme das ja gerne so an sich, aber das hat halt immer das Potenzial, auch schief zu gehen. Weil das Problem ist, es gibt wahnsinnig viele, also sehr bekannte 80er Jahre, 90er Jahre Filme, die da eigentlich alles gezeigt haben, was es zu zeigen gibt. Und es gibt einen guten Grund, warum heutige Filme daran scheitern, dass dieses Jägergejagte Szenario nicht funktioniert. Über Prey reden wir hier an dieser Stelle nicht. Ich rede von Filmen wie dem alten Predator, ich rede von Filmen wie Alien und vielen anderen, die in dieser Zeit spielen und die Inszenierung ist ja einfach alles. Und als Fanfilmer ist es eines der schwierigsten Themen, das Monster of the Week darzustellen. Da sind einige TNG-Episoden auch dran gescheitert oder Voyager selbst, also man erinnert sich an die Hierogen-Folgen mit Spitz 8472. Das hat halt viel Fremdschämen-Potenzial drin. Und das Problem ist halt, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie Monster in dem Film deklariert wird. Wir kennen ja den Kontext nicht. Genau, kann auch was völlig anderes sein. Vielleicht ist das Monster ja auch der Mensch. Aber ich habe halt Angst, dass es in diese Richtung geht. Weil du siehst ja, wie die Mannschaft auf so einen, ja, Professor, auf so einen kuriosen Professor trifft da irgendwie, einen Mediziner oder Wissenschaftler zumindest, der dann sagt, es ist ein Monster und bla bla bla. Und ich denke mir so, oh Gott, Frankenstein oder was? Also was ist hier passiert? Das werden wir ja noch erfahren und dann werden sie wahrscheinlich irgendwie versuchen, dieses Ding wieder einzufangen. Ja. Und schätze ich mal. Und das, ja, ich finde das schwierig. Da musst du halt schon wirklich, die haben ja gute Schauwerte. Also, die Lorelei ist einer der wenigen Fanprojekte, die unheimlich gute Effekte haben. Ja, vor allem die, wenn man den ersten Film gesehen hat und jetzt den Trailer, den ihr euch übrigens angucken sollt, der auch verlinkt wird, natürlich. Aber, ganz großes, ganz kurzes, ja, ganz kurzes Aber, das Problem ist hier, die Kamerafahrten müssen stimmen. Du musst es halt so hinkriegen, dass dieses, dass dieses Grauen in irgendeiner Form eingefangen wird. Und das ist bei Fanfilmen eigentlich weniger der Fall. Ja, aber da habe ich eigentlich Vertrauen in die Lorelei, denn die sind eigentlich sehr professionell aufgestellt. Und wenn du deren Produktionen dir anguckst, läuft das bei denen schon alles sehr professionell und hochwertig ab. Und da habe ich mal Vertrauen in die Kollegen. Ja, ich sage ja nur, dass es Voyager zum Beispiel nicht hinbekommen hat, also bei solchen Episoden. Bei mir, also ich hatte nie, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich nie das Gefühl, ich muss jetzt Angst haben oder so, oder denen könnte irgendwas passieren. Ich meine, das liegt sicherlich auch im Kerngedanken, dass der Crew halt irgendwie, dass das halt so eine Weekly-Episode ist. Nie irgendwas passiert. Ich sage ja, du wirst rausgeschrieben. Ja, dann Tascha ja und so weiter. Ja, aber sowas ist halt eher selten. Und ich hoffe nicht, dass sie es verkacken, aber ich nehme im Prinzip auch jeden Fanfilm, der irgendwie rauskommt. Denn wie du immer gern sagst, jeder Fanfilm ist ein kleines Wunder. Und so sollten wir das nehmen. Schon wieder ein Kichertspruch für mich. Richtig. Sie haben gute Schauwerte, sie haben unheimlich gute Effekte. Die Schauspieler sind gut. Ich habe, also bei den Dialogen muss ich mir keine Sorgen machen, dass das irgendwie in die falsche Bahn läuft. Inhaltlich müssen sie halt schauen, dass das irgendwie hinhaut. Ja, aber wie gesagt, bei den Loreley-Kollegen, die machen das schon alles super gut. Und deswegen möchte ich das hier auch nochmal über den Podcast ein bisschen promoten. Guckt euch gerne den ersten Teil nochmal an. Und den Teaser gerne auch. Wie gesagt, der neue Film von denen ist jetzt in Produktion. Wann der rauskommt, wer weiß. Auf jeden Fall, when it's done. Richtig, genau. It's done, when it's done. Genau wie unser Film. Apropos, it's done. Musstest du das so anfangen? Ja. Das Ding ist, wir haben jetzt lange in diesem Podcast schon darüber, also wir haben lange angedeutet, dass irgendwas im Argen liegt in der Welt der Cons. Und ihr werdet es vielleicht wissen, wenn ihr zu dieser Con geht, dass da so einiges schief läuft und schief gelaufen ist. Wir sprechen über die Destination jetzt, Basti. Und ich würde gerne mal wissen, aus deiner Sicht, weil ich hab da ja, du weißt, ich bin da sehr leicht zu entfachen, was so bestimmte Sachen anbelangt. Was? Rant und so weiter. Aber sag mal, wie du das aus deiner Sicht wahrnimmst, weil ich glaube, ich brauche den Spiegel so ein bisschen. Also, wir wollen jetzt mal ein bisschen, wie gesagt, über die Destination Star Trek, die offizielle Star Trek Convention, wie sie ja immer betitelt wird und sich auch nennen darf, quatschen. Und die findet ja auch jetzt Ende September statt. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist die schon Geschichte, wer weiß. Aber noch steht sie bei uns jedenfalls in der Zukunft. Und da gab es ja in letzter Zeit schon ein bisschen, das heißt, das zieht sich ja jetzt schon so ein bisschen das Chaos über die letzten Jahre. Da gab es ja, also Destination Star Trek in Germany wurde ja wie vieles vor Corona dann oder durch Corona verschoben, immer wieder verschoben. Jetzt halt auf, soll sie endlich stattfinden. Das soll dann die große 25 Jahre, oder sollte ursprünglich die große 25 Jahre Voyager Convention werden mit der ganzen Crew der Voyager als Gaststars und vielen weiteren, ja, Gaststars, die sie angekündigt hatten. Und jetzt so, gerade in den letzten Wochen gab es da immer, beziehungsweise, nein, Moment, vorher wurde, es gab ja noch die zweite Destination in London, die da eigentlich stattfinden sollte, auch dieses Jahr. Und ja, von offizieller Seite hieß es dann, na, jetzt, wir wollen irgendwie, warum auch immer, nur noch eine Convention oder offizielle Star Trek Convention in Europa fahren und haben dann die in London gecancelt. Die wäre jetzt schon vor ein paar Monaten gewesen und haben dann aber gesagt, ja, denn, also in Dortmund, da werden dann ein paar von den Gaststars, die werden dann nach Dortmund kommen. Und anscheinend sind die Organisatoren, wobei dieser Name, egal, der Begriff passt nicht mehr ganz so gut, glaube ich, sind wohl, wie man so mitbekommen hat, ein bisschen sehr schnell in ihren Ankündigungen, also sie kündigen dann gerne Stars an oder sagen hier, die Stars, die nach London fahren sollten, kommen dann nach Dortmund und kündigen das groß an. Und die Stars wissen teilweise noch nicht mal was davon. Das ist immer schon mal ein bisschen bedenklich. Und ja, so auch geschehen jetzt mit Gates McFadden. Da hat das, glaube ich, dieses große Chaos der letzten oder jetzt im Vorfeld dieser Destination so ein bisschen angefangen, wo die gute Gates McFadden gepostet hatte bei Twitter, dass sie ja, oder dass sie wohl von offizieller Seite angekündigt wurde für die Destination in London, beziehungsweise verschoben werden sollte und dann angekündigt wurde für die Convention, aber sie davon eigentlich gar nichts weiß beziehungsweise das nie bestätigt hatte. Was ich schon ein bisschen kritisch finde, dass, wenn du das so mitbekommst, dass das gerade, also Gäste kommen ja zu so Conventions gerade wegen der Stars. Und wenn dann sie im Glauben gelassen werden, ihr Star kommt, also gerade hier Gates McFadden, Beverly Crusher, viele Fans wollen da hin und dann heißt es dann von der Schauspielerin selbst und noch nicht mal von offizieller Seite, plötzlich, ja, ist nicht, weil wurde nie so bestätigt. Dann fragt man sich schon, warum sie dann erst mal auf der Gästeliste steht, auf der offiziellen, auf der Destination-Seite und vor allem, warum denn schon Fotoshootings und sowas verkauft werden. Ja, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte Antworten darauf, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe Vermutungen und die sehen so aus. Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Leak, seit seiner Mitarbeiterin des Teams, dass das Ganze organisiert. Die Firma heißt Massive Event und die machen eigentlich auch die Con, oder hätten die Con in London gemacht. Die haben das lange gemacht, also eigentlich haben sie alle Destinations organisiert, also fast alle, die haben das immer wieder zwischen irgendwelchen anderen Firmen aufgeteilt und das hat soweit auch ganz gut geklappt, bis halt Corona kam und bis es zu einem sogenannten Re-Engineering-Prozess seitens von Paramount, CBS Wirecom kommt, einfach weil die sich gerade für den Streaming-Markt aufstellen. So, das heißt, sie versuchen da irgendwie neue Sachen zu schaffen bei Paramount und stoßen aber alte Fans sozusagen vor den Kopf, das machen sie ja allerdings seit 2009, seitdem sie das Reboot angefangen haben, immer wieder mal in entsprechenden Abständen. Problem liegt also weniger bei Massive Events, sondern ich glaube mehr bei dem, was sich Paramount gerade leistet. Kommunikation. Genau, die haben nämlich gesagt, wir wollen nicht, dass die Destination in London stattfindet, das ist uns zu viel Geld, was da irgendwie flirten geht, denn wir buddern da ja auch rein. Wir wollen nur noch ein Event haben in Europa und das ist die Destination in Germany sozusagen, also in Dortmund, glaube ich, ne? Richtig. Ja. So, und das soll nur da stattfinden. Und dann kümmert ihr euch mal, dass die Stars kurz vor Ultimum noch Bescheid bekommen. So, das heißt, ich weiß nicht, wann das war, wann sie das angekündigt haben, Mai oder Juni, Juli, keine Ahnung. Massive Event hat jetzt nicht viel Zeit bekommen, das Ganze umzuorganisieren. Die stehen vor einem Scherbenhaufen, den sie gerade versuchen aufzukehren. Ich würde den schwarzen Peter jetzt nicht unbedingt bei den Veranstaltern suchen, sondern eher bei dem, was drüben in den USA in den Paramount-Stuhl sitzt. Dieses ganze Glamourat ist mir so fremd geworden. Ich meine, richtig bekannt war es mir ja nie. Das Problem ist halt auch die vielen Namen. Ich weiß nicht, wer hinter CBS Wirecom Paramount steckt. Du weißt halt nicht, wer da irgendwie irgendwas entscheidet. Ist auch vollkommen egal. Aber sie haben seit jeher den europäischen Markt vernachlässigt. Sie haben ihre eigene, ich sag jetzt mal, Franchise-Strategie vernachlässigt. Wenn sie jemals überhaupt da drin ein Franchise gesehen haben, dann machen wir uns nichts vor. Also was es alles an Merch-Kram für Star Trek gibt, das kann es an der Hand abzählen hier in Europa. Das ist wirklich erbärmlich. Sie haben, wenn sie versucht haben, wenn sie jemals versucht haben, die Kuh richtig zu melden, haben sie es nie richtig geschafft. Das hat Star Wars immer voraus gehabt. Das haben sie immer besser gemacht. Und sie schaffen es jetzt auch nicht, beziehungsweise sehen halt keinen Sinn darin, zwei Destinations zu haben in einem Absatzmarkt, von dem ihre Statistiken sagen, dass er nicht viel abwirft. Was komplett blödsinnig ist. Komplett stumpfsinnig. Die würden, also ich weiß nicht, Netflix schreibt hier richtig gute Zahlen. Star Trek ist bei denen vorne immer mit dabei, aber ein Klick zahlen. Weil das halt immer noch geguckt wird. Und das ist halt eine Eigenschaft, die Star Trek seit den 60ern hat. Und das ist bei Paramount in all den Jahren nie angekommen. Und das wundert mich total. Und jetzt haben wir diese Destination, wo dann auch eine Jerry Ryanab sagt, weil sie sagt, sie ist mit den Organisatoren, beziehungsweise mit dem, was da organisiert wird, nicht einverstanden. Sie hat Covid-Bedenken. Genau. Ist auch komplett okay. Das darf sie halt haben. Dass sie keine Shootings machen können draußen, wie auch immer. Ich frage es jetzt auch nicht mal die Jüngste. So hat vielleicht auch eine gewisse Krankheitsgeschichte hinter sich. Das muss man sich halt alles vor Augen führen. Sondern sagen andere ab, wie zum Beispiel Ethan Phillips, der immer noch auf der Seite steht. Also das ist ja auch bisher nur Hörensagen. Also das ist ja was, was Armin Schimmermann getweetet hat, der bis vor kurzem gar nicht auf der Liste stand und dann halt getweetet hat, dass er jetzt zur Destination kommt. Ich würde lachen, wenn beide kommen. Ich würde echt zu lachen, wenn beide kommen. Naja, also ich würde es mir halt wünschen für die Fans, die halt gerade für Voyager da sind. Ja, die haben jetzt nicht mehr viel, ne? Nee, nee, deswegen. Also da sind ja dann noch Garrett Wong und so, haben jetzt viele, viele abgesagt. Und von Voyager ist jetzt eigentlich bisher nur noch Kate Mulgrew und im Moment noch Ethan Phillips. Robert Piccardo. Ist der Beltwin noch mit dabei? Also Jack Humpty? Nee, der steht auch nicht. Ja. Warte. Ja. Ach, und Finnin McKeon, das ist einer, der hat in diesen Fairhaven Ah ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. Geschichten mitgespielt. Aber das war es auch schon. Und das finde ich einfach mega traurig. Also schon auf jeden Fall von Fanseite, wenn du das Ding erst mal als große Voyager-Jubiläums-Con schon lange bewirbst und dann kommen einfach nur noch drei Hanseln oder drei Leute aus der Besetzung. Es wird, es wird eine Mischung aus allem sein. Also natürlich hat man den Schauspielern versprochen, ey, ihr macht das in London und alles fein und dann macht ihr das halt da. Und dann wurde es umdisponiert und dann haben die sich gesagt, naja, also eigentlich will ich da nicht hin, so, weil das ist doof. Hatten sie vielleicht auch schon vorher vorher, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da kommen vielleicht viele Sachen einfach zusammen und deswegen läuft das gerade so gegen die Wand. Und das wird die letzte Destination sein, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, wobei das ist ja auch, das wissen wir nicht. Also ich würde persönlich so vermuten, dass das auch wirklich so die letzte sein wird. Die Vermutung gibt es ja. Im Grunde würde ich es mir halt irgendwie wünschen, dass es die dann auch noch gibt, weil das war nochmal so ein schönes Gegengewicht zu FatCon. Ich war nie da, aber Thomas und Tom war ja schon mal da und meint, das ist eigentlich auch ganz cool. Ja, also ich würde es mir wünschen, dass das irgendwie weitergeht, aber so wie es halt gerade läuft, ist es halt nicht so das beste Aushängeschild da für eine nächste Convention. Nein. Also sei es jetzt wirklich von Paramount Seite oder wirklich die Veranstalter, weil ich glaube, die sind da zumindest in der Kommunikation so ein bisschen fahrlässig gerade unterwegs und halt, teilweise finde ich das ja auch irreführend. Also wenn du, wie gesagt, ewig mit irgendwelchen Gästen wirbst, wo du eigentlich schon weißt, dass die nicht da sind und die dann halt kurzfristig vorher absagst oder dann von der Liste nimmst, ist auf jeden Fall ein bisschen bedenklich und auf jeden Fall sehr frustrierend für Fans. Und deswegen meine ich, man macht sich da keine Freunde bei den Fans und die werden sich dann halt nächstes Jahr überlegen, auf welche Con sie dann gehen, weil hat auch nicht jeder Kohle, um jetzt wirklich mehrere Conventions im Jahr zu besuchen. Und dann gehst du halt auf die Convention, wo du denkst, da klappt es halt. Und die FatCon hat halt Jahrzehnte inzwischen Erfahrung und da funktioniert es halt. Die Frage ist jetzt natürlich, was bezweckt Paramount damit? Sie wollen sich neue Zielgruppen erschließen. Diese neue Zielgruppe, die sie erschließen wollen, geht vielleicht nicht unbedingt auf Konz, weil das neue Fans sind. Die kennen das vielleicht auch gar nicht, aber das Problem, was ich damit habe, klar, man stößt alte Fans so ein bisschen vor den Kopf, das ist Paramount aber egal. Jetzt haben sie aber so gar keine Strategie, um diese neuen Fans in irgendeiner Form aufzufangen, außer mit ihren Serien. Und das ist halt so das Tragische, dass sie halt nichts Neues schaffen, um das Franchise zu verbinden. Also es ist halt nur eine Kuh, die gemolken wird in irgendeiner Form und das mit den schlechtesten Mitteln. Man müsste sich überlegen, man holt nur so 50 Prozent aus der Kuh raus. Das ist das, was sie aktuell machen. Also der Rest der Milch bleibt drin. Das ist halt irgendwie komisch. Man kennt halt die Prioritäten nicht, die sie sich setzen und im Moment, also man geht halt gerade hier in Europa und so und geht man halt langsam wirklich davon aus, dass der amerikanische Markt wirklich im Fokus steht und alles andere ist halt so ein bisschen Nebenverdienst und kann dann gefühlt in Anführungsstrichen auch mal ein bisschen ignoriert werden oder vernachlässigt werden. Es ist halt die Frage, ob sich das auf Dauer auszahlt oder nicht. Auf jeden Fall, was so Fan-Events angeht, wie jetzt die Destination oder die Conventions, gerade wenn es dann sich, es ist ja, die Destination ist ja die offizielle Star Trek Convention. Und wenn das einfach da nicht funktioniert, kommunikationstechnisch, werbetechnisch nicht und die Fans wirklich frustriert nachher sind, dann brauchst du so ein Event auch nicht offizielle Star Trek Convention zu nennen und dann kann sich der Veranstalter nachher auch die Lizenzgebühren sparen. Also ich, keine Ahnung. Ja, werden sie, werden sie wahrscheinlich auch machen. Also Massive Event, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass sie mit Paramount zusammengearbeitet haben. Ja, wie gesagt, wenn es wirklich da ist, das sind ja auch vor allem Vermutungen, aber wenn es daran hakt, dann denke ich auch. Aber wie gesagt, abwarten. Auf jeden Fall, Tom und Thomas haben ja auf jeden Fall vor, hinzufahren. Die werden uns dann berichten, wie es dann vor Ort abgelaufen ist, wie so die Stimmung war. Ich meine, man kann ja trotzdem eine coole Con haben. Also darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, dass man ja auf so eine Con geht und sich Karten kauft. Und vor allem, wenn man dann überlegt, hier, da kommen vielleicht ein paar Leute, die ich gerne sehen würde, also von den Stars aus. Und wenn man da halt so die Prioritäten setzt und sagt, ey, das ist das Voyager, wann kriegt man mal die ganze Voyager-Crew zusammen und dann hat man sich einfach die ganzen Karten gekauft und jetzt kommen die nicht und werden vor allem kurzfristig nicht. Ähm, ist das immer super frustrierend, ähm, weil nachher ist es dann auch schwierig, dann dein Geld zurückzubekommen, wenn du dann die nicht zur Con fährst. Ähm, weil sie ja dann auch immer sagen, man kommt ja eigentlich auch nicht nur für die Gäste zur Con, aber andererseits, ja, halt auch. Auch, also vor allem auch, ähm, ich meine, für die Leute, die, die mal so hinfahren oder halt auf dieses ganze, diesen Star-Rummel nicht so viel Wert legen, ähm, die werden auch so eine schöne Con haben, aber, ähm, nicht, nicht, nicht frustriert sein, aber dieses mit Leuten werben, die nachher nicht kommen, obwohl man eigentlich weiß, dass sie nicht kommen, ist halt, ähm, irreführend und. Ja, das ist halt der Punkt, wir wissen nicht, ob sie es wussten. Also, das ist halt immer so, hm, man kann das jetzt vermuten, aber. Oder, oder wo da einfach in der, in der Kommunikation, wer mit wem irgendwie, äh, nicht, äh, ja, wo es da gehakt hat und wo welche Infos einfach nicht. Ich vermute mal, das wird so ablaufen, dass Massive Event halt irgendwie Paramount anfragt, so könnt ihr bitte, ähm, die Leute in den USA anschreiben, so könnt ihr bitte, ähm, das Management und geht's mit Fett anrufen. Ja, das ist halt, ob sie direkt, ob sie direkt zu den, zu den, ähm, Managements gehen. Aber, ne, die werden das halt Paramount machen, weil Paramount hat halt die, hat halt die Daten im Zweifel und kann das halt machen und das genau werden sie nicht gemacht haben. Also, Paramount wird sich darauf nicht eingelassen haben, wird gesagt haben, so, ach, warum sollen wir uns darum kümmern, ist da bloß, ist da bloß die Con da in Europa, was interessiert uns Europa, so. Und deswegen wird das, wird da einiges schiefgelaufen sein. Die Mitarbeiterin, die das geleakt hat, hat ja auch berichtet, dass es da einfach, dass ihnen einfach Sachen nicht gesagt worden sind. Und, ähm, das läuft dann auf sowas hinaus dann einfach. Ja, ja, klar. Dass Leute dann einfach nicht kommen, weil da, ähm, da eine Schnittstelle nicht funktioniert hat. Ja. Wir werden es wahrscheinlich nie im Detail rausfinden. Nee. Zumindest, werden wir mal schauen, ob es dann nächstes Jahr wieder eine Destination geben wird oder nicht. Ja. Ähm, ja. Und Tom und Thomas werden uns berichten, wie es vor Ort war. Gates McFadden, ja, ganz noch kurz, Gates McFadden ist zwar nicht auf der Destination-Szene, wohl aber in der dritten Staffel von PK. Was für eine Überleitung. Ah, ja, denn wir kommen langsam zu, ähm, wo wir gerade bei Paramount waren. Die hatten doch jetzt, ähm, einerseits die, ähm, vor zwei Tagen, stand dieser, äh, heute am 10.9., ähm, war ja großer Star Trek-Tag. Ja. Und, ähm, großes Thema dazu war natürlich auch PK. Jo. Und, ähm, das war eine Serie, die in der Zeit, wo wir nicht gepodcastet haben, gelaufen ist, Tim. Richtig. Und wollen wir nochmal kurz über Staffel 2 reden? Oh, ach Gott. Ähm, ja, müssen wir. Also, das, das Ding ist immer, beide Staffeln PK haben bei mir keine Spuren hinterlassen, an die ich mich gerne erinnere. Also, das, der Punkt ist halt einfach, ähm, was mich halt, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, was mich halt stört, ist dieses Überkandidete, wir müssen das Universum retten, die Welt retten, bla. Ja, ich meine, klar, das machen sie, hat die Gruppe im Kleinen bei TNG halt immer gemacht, aber halt im Kleinen. Und das waren halt immer so Teilsachen, die irgendwie zum großen Ganzen geführt haben. Ich glaube natürlich, dass das jetzt irgendwie immer Story-Thema ist, dass irgendwer irgendwie was Großes gerettet werden muss. Mich stört das aber. Also, mich persönlich, mir bringt das nichts. Sondern es ist für mich so austauschbar geworden. Ähm, von daher kann mich, glaube ich, Staffel 3 auch nur enttäuschen. Das tut mir sehr leid, aber, ähm, ich gönne anderen Leuten, wenn sie Spaß dran haben. So ist es nicht, ne? Also, das will ich hier gleich mal sagen, nicht, dass irgendwie, ähm, das so rüberkommt, als würde ich nur nörgeln. Es gab positive Aspekte in Staffel 2. Und das war halt das Innenleben von PK. Das haben sie sehr gut ausgearbeitet, wie ich finde. Sie haben sehr starken Bezug zur Serie auch genommen. Und ich hab mich da sehr wohl gefühlt. Aber dann gab's halt wieder Punkte wie diese Zeitreise, die mich extrem gestört haben. Weil da einiges schiefgelaufen ist. Und bei Q auch ein paar Fragezeichen bei mir hinterlassen worden sind, die ich nicht ganz beantworten kann. Denn es wurde restlich nicht aufgeklärt. Was so eigentlich los ist im Q-Kontinuum? Oder hast du das anders empfunden? Nee, also, also, genau, wenn wir gerade bei Q sind, ähm, es ging ja eigentlich diese ganze Staffel darum anscheinend, dass, dass Q irgendwas vorhat mit PK und irgendwie einen gewissen Plan hat. Ähm, der ist mir aber bis heute irgendwie nicht geläufig. Beziehungsweise hab ich ihn nicht erkannt. Und weil einer, auf der einen Seite, bei dieser ganzen Zeitreisegeschichte, ähm, war dann auf einmal Q irgendwie der große Gegenspieler und wollte PK dann irgendwie auch aus dem Weg räumen und, ähm, irgendwie dann doch nicht. Und, äh, ich hab keine Ahnung, worauf Q eigentlich hinaus wollte. Das fragen wir uns, glaub ich, alle. Also, also, erst, erst schickt der, schickt der PK in diese, ähm, böse, böse Common, Confederation-Zeitlinie, um ihm keine Ahnung was zu zeigen. Ähm, und, ähm, dann ist, droppt er nochmal nebenbei, dass er ja irgendwie am Sterben liegt. Und, ähm, dann gibt's diese Zeitlinie, äh, Zeitreise zurück, wo Q dann auch wieder da ist. Und dann irgendwie, äh, René, PK, ähm, irgendwie anscheinend versucht zu, äh, manipulieren, dass halt diese Common Rail, dass sie ihre Mission nicht, ähm, durchführen kann. Was ja nachher wirklich wieder in diese Common Rail, äh, diese Confederation-Zeitlinie führen würde. Also, einerseits, ich weiß halt nicht, worauf Q wirklich hinaus wollte. Und ich glaub, der Writers' Room bei PK wusste das halt irgendwie auch nicht. Nee. Sie haben, sie haben ihn halt irgendwie immer mal wieder mit eingebaut als den großen Gegenspieler. Aber, ähm, was jetzt, ja, worauf er hinaus wollte, keine Ahnung. Ähm, und das, das hat, glaub ich, so ein bisschen die, die ganze, ähm, Story dieser Staffel durcheinander gebracht. Weil du hattest dann dieses Q-Ding, dann hattest du halt dieses Borg-Königin-Ding mit Jurati. Und dann hattest du halt dieses Sung-Storyline. Ja. Und das war mir halt alles schon wieder viel zu viel. Also, hätten sie sich wieder auf die Borg-Geschichte beschränkt, dann hätten sie auch eine schöne Staffel daraus machen können. Ja. Aber, aber im Grunde war das nachher alles wieder, ja, einfach nur beliebig, fand ich. Ähm, und das ist halt schade. Ähm, die, auch die Staffel hatte wieder super coole Momente. Also, auch diese, ähm, die, die, die Folge, wo Picard mit seinem Vater, ähm, der von James Callis gespielt wurde, ähm, quasi eigentlich nur so ein Kammerspiel hatten, wo sie sich unterhalten haben und ein bisschen analysiert haben. Und das, das war großartig. Aber, ja, so diese, diese René Picard, Psychonummer, sie hat psychische Probleme. Picards Mutter hatte angeblich auch psychische Probleme. Und das war so sein großes Trauma und, ähm, ja, das war mir wieder irgendwie alles viel zu viel, aber irgendwie halt auch zu wenig im selben, weißt du, sie haben halt viel aufgemacht, aber, ähm, wenig wirklich Tiefgang gehabt zu den einzelnen Storylines. Und, ähm, dann war es halt wieder, dass sie nicht wussten, was machen wir eigentlich mit unseren Charakteren. Also, du hattest dann halt diese, gerade in der Vergangenheit hattest du ja dann diese, diese Nebenhandlung mit Rios, äh, seiner, ähm, Krankenschwester, seinem Love Interest, ähm, dann wie er, wie er abgeschoben werden sollte und, ähm, das, dann sind halt Ruffy und, und Seven ihm ein paar Folgen hinterhergerannt, haben versucht, ihn zu retten. Das war eigentlich irgendwie nur so Wassertreten, keine Ahnung, Zeit totschlagen. Ja, das wirkte halt sehr deplatziert. Es, es hatte halt keine Auswirkungen auf die große Story. Also, es war irgendwie so, ja, wir müssen Rios jetzt und, und Seven und, und Ruffy was zu tun geben, während Picard da, der großen, ähm, Geschichte mit Q und, und, äh, seiner, was war, René Picard, Enkelin, ne, nicht Enkelin, äh, Vor, Vorfahren und was, ähm, nachgeht. Sie war halt eine Picard, so. Ja. Ja, übrigens ganz kurz, ähm, Name-Dropping, wo wir vorhin, weil du vorhin den Namen des Schauspielers genannt hast, gesprochen wurde, René Picard tatsächlich, ähm, in der deutschen Synchro von Lara Loft, ähm, das muss ich erwähnen, weil ich, ähm, es gibt so Synchronsprecher, die du immer wieder erkennst. Aha. So, und bei ihr fällt mir das wahnsinnig schwer, weil sie eine extrem wandelbare Stimme hat, ausgebildete Sängerin, ich kenne sie aus diversen Videospieler, äh, Verfilmungen, du übrigens auch, äh, nicht Verfilmung, sondern, ähm, ähm, Videospielin, du kennst sie auch und zwar aus Death Stranding, da hat sie, ähm, am Anfang diese Dame gespielt, äh, der, ähm, der Hauptcharakter begegnet in dieser Höhle. Ich weiß nicht, ob die, ich hab das Spiel nicht weitergespielt, ich weiß nicht, ob die später auch nochmal auftaucht, aber ich glaub schon. Ja, tut sie. Ähm, und das ist mir auch nicht, da ist es mir auch nicht aufgefallen, dass sie da spricht, ne, und sie hat eigentlich eine markante Stimme, aber, also wenn du sie so, die ist ja eine Stymierin, also kannst du, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du verfolgen sozusagen. Ah, okay. Ähm, 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 da hat sie halt eine relativ markante Stimme, aber wenn sie halt, ähm, ins Sprechen geht, ins Synchronisieren, du erkennst es nicht. Du weißt nicht, dass sie das ist. Das ist normalerweise, Martina Träger zum Beispiel, ne, die Carrie-Anne Moss spricht, die erkennst du immer wieder. Immer. Ja. Immer, ja. Eigentlich soll es ja so sein beim Synchronisieren, dass du die Stimmen ja nicht erkennst, also das ist halt, ich meine, mittlerweile spielen sie mit diesem Element, dass du bestimmt schon wieder erkennst, so, aber eigentlich ist es ja so gedacht, dass du das nicht erkennst. Sie macht das wahnsinnig gut, das muss ich lohmt hervortun, weil mir das nicht aufgefallen ist, ich musste jetzt im Nachhinein so, dass mir das bekannt vorkam und dann, ähm, hab ich doch mal nachgeguckt, tatsächlich, ne, also, wurde von ihr gesprochen, find ich spannend, so. Ich guck manchmal einfach zufällig durch die Synchronis und gucke, wer das so gesprochen hat, vielleicht kennt man den einen oder anderen und, ja, da war's halt der Fall, so. Ähm, aber deine Punkte sind halt alle valide, find ich, also du, du hast es halt, ähm, gut zusammengefasst, ohne dass ich da irgendwie jetzt eingerätschen muss, ich find's halt, wie gesagt, beide Staffeln, beide Staffeln fand ich so beliebig, denn, ähm, ich glaube auch, mir fällt's halt auch in der, in der, in der Gamer-Szene auf, wenn irgendein Spiel kommt und wieder mal dieses, dieses, wir müssen die Welt retten und bla, mich kotzt das so an, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr die Welt retten, lass mich doch ein kleines Dorf retten vor irgendwas, so. Also, das ist halt, erzählt mir kleine Geschichten, man kann das nicht mehr, das muss immer noch ein Tüpfelchen draufgesetzt werden und irgendwann ist halt auch beim Zuschauer der Ofen aus, der sich denkt, ach komm, also, ich hab's schon gehört. Ich hab zum dritten Mal die Odysse, also zum 300. Mal die Odyssee jetzt hier nachverfolgen können, in Form eines anderen Films, das muss doch nicht sein. Lasst euch doch mal was Neues anfallen. Es ist einfach eine Enttäuschung, wenn du überlegst, was du eigentlich, also ich mein, sie haben von vornherein gesagt, Picard bekommt drei Staffeln und was haben wir jetzt eigentlich von Picard mitbekommen? Also, du hast noch nicht viel mitbekommen, also, was man ja eigentlich, eigentlich als Fan sehen wollte, ist natürlich ein bisschen Reflexion, Picard, wie er irgendwie sich jetzt fühlt und sein Leben irgendwie. Genau. Aber gerade diese Staffel fand ich einfach verlorene Zeit. Gut, jetzt kam Corona dazu und jetzt mussten sie anscheinend ein bisschen gucken, wie sie ihre Story fahren, aber diese ganze Zeit, auch in der Vergangenheit, das waren, das war ja irgendwie von den zehn Folgen, waren es acht Folgen in der Vergangenheit oder sieben. Und das war einfach so, boah, das ist irgendwie, das muss man sich halt irgendwann auch mal überlegen, ist das jetzt irgendwie noch groß Star Trek? Also, weil vieles, das waren eigentlich irgendwann beliebiger Action, teilweise so Action-Elemente, wo man sich denkt, gut, du kennst halt die Charaktere aus Star Trek und die spielen jetzt halt so ein bisschen hier NCIS und so. Aber, ja, und dann hast du halt noch diese komische, das war ja auch noch diese Guardian-Geschichte da mit, äh, mit Larys, äh, nee, oder hieß sie Larys? Keine Ahnung. Ich weiß, wie du meinst, die Romulanerin, ja. Genau, und, und was, was mich noch, genau, mit Rios, das ist halt auch wieder diese, diese Charaktergeschichte, was ich noch erzählen wollte oder ansprechen wollte, dieses, sie wissen nicht, wohin mit ihren Charakteren und jetzt haben sie halt da diese Storyline von Rios gehabt und was machen sie am Ende? Sie lassen ihn in der Vergangenheit. Die ganze Zeit erzählt sie, wir müssen hier auf die Zeitlinie achten und dann lassen sie ihn einfach in der Vergangenheit. Dieser Satz ist in diesem, in dieser Staffel so oft missachtet worden. Am Anfang, genau, wir müssen so aufpassen, dass wir nicht auffallen und dann, ach ja, ist auch egal. Im Prinzip hat jede andere, jede andere Star Trek-Folge da mehr aufgepasst als hier. So, da wurde ja, die Grundsätze von Zeitreisen sind hier mit Füßen getreten worden. Das ist halt so krass, dass du merkst halt einfach immer wieder, dass so viele Leute diese Episoden schreiben und es kommt dann zu so einem Potpourri an Ungereimtheiten, nenne ich es mal. Das ist halt, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und aufgrund dessen, aufgrund dieser Beliebigkeit kann ich mich immer schwer an diese Episoden erinnern. Die haben keine Markanz. Da ist nichts, was irgendwie heraussticht. Also mal abgesehen vom Innenleben Picards, was ich wirklich total gut fand, so wie sie das inszeniert haben. Aber darauf hätten sie sich halt beschränken müssen oder sollen. Und das Problem ist halt, dann sitzen halt die Autoren wahrscheinlich da und denken sich, ja, aber was machen wir da jetzt mit den anderen Charakteren? Irgendwie müssen wir die ja noch irgendwie unterbringen. Mut zur Lücke, Mut zur Lücke, dann lass die raus. Wenn die nicht dienlich sind, dann musst du sie, die haben halt alle ihre Verträge so, wahrscheinlich müssen die auftauchen. Das ist das Problem. Und wenn du Brands Beiner schon mal, wenn du Brands Beiner für eine Staffel schon unterschrieben hast, dann musst du halt gucken, wie du ihn, dann ist er halt der X de Sung. Ja, genau. Das ist so. Ja, mal wieder. Ja, und mir tut es dann halt wirklich irgendwann für die Schauspieler irgendwie auch leid. Vor allem die ja jetzt auch in der, also viele von diesen Original, von der Original-Pikar-Crew, die kommen ja einfach in der dritten Staffel, da kommen wir ja gleich noch zu, einfach auch nicht mehr vor. Was ist mit Issa Briones? Die hat ja nur eine Nebenrolle gespielt irgendwie. Also jetzt in der zweiten Staffel, ja. Ja, ja, was war denn das bitteschön? Jetzt ist sie raus oder wie? Also sie kommt nicht wieder. Also wieder kommt jetzt eigentlich nur hier Michelle Hurt, Raffi Musica und ich weiß gar nicht, wer sonst noch einen Vertrag hat, aber ich glaube, sie ist so mit, ja, Rios ist ja in der Vergangenheit geblieben. Ja. Elmo, Elnor, der kommt nicht wieder. Elmo ist gut. Der, 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 der komische Romulaner, der, was mir halt auch für den Schauspieler und den Charakter eigentlich leidtut, weil sie hatten da eigentlich ein bisschen Potenzial, aber sie wussten anscheinend nie, was sie mit dem Charakter machen. Hier Alison Pill, Dr. Jurati ist ja jetzt irgendwie Borg-Königin. Oh, lass auf. Mal gucken, ich glaube, sie kommt auch nicht vor, wobei das total schade wäre, wenn, wenn das Thema auch einfach nicht mehr aufgegriffen wird. Aber wie willst du sie denn da reinbringen? Keine Ahnung, aber das, also vor allem nach dem Ende mit diesem, das war ja auch jetzt in der Staffel, wo sie dann wieder in der Zukunft sind und plötzlich dieses Transwarp-Dingsbums-Tor jetzt aufgeht und da die Borg jetzt dieses Tor bewachen. Also wenn sie das nächste Staffel nicht mehr aufgreifen, wäre ich schon wieder ein bisschen enttäuscht, aber andererseits würde ich es einfach erwarten. Vergiss es, du hast den Trailer doch gesehen. Da geht es jetzt darum, wir können ja mal kurz darauf eingehen, es geht jetzt darum, dass Gaze McFadden, also Beverly Crusher, am Notruf abgesendet. Und die ganze Crew zusammenkommen muss, um sie irgendwie zu retten. Also das ist ja erstmal eine schöne Geschichte. Wissen wir ja nicht, aber ich gehe davon aus, dass es so passiert. Ich habe aber die Befürchtung, dass das natürlich nicht ausreicht und die Autoren sagen so, aber irgendwie müssen wir doch die Welt retten. Also irgendwie muss das jetzt auch mal damit rein. Gaze McFadden, also Beverly Crusher ist irgendwas auf der Spur so, irgendwas Großem und da muss sie rausgeholt werden. Wahrscheinlich. Ich sollte Autor werden. Nein, nicht so. Nicht so, nein. Ich will sowas, sowas will ich auch nicht schreiben, es ist langweilig. Also es ist natürlich eine schöne Sache, um die Crew zusammenzubringen, aber die Frage ist, was machen sie da draus? Ja, also wie gesagt, wir reden ja gerade über den neuesten Trailer, nicht nur diesen Crew-Ankündigungstrailer, der ja schon von einer Weile rauskam, sondern vor dem ganz neuen Picard-Trailer, der jetzt am Star-Trek-Tag präsentiert wurde. Und ja, wie gesagt, am Anfang, wie du meintest, kommt eine Nachricht von Beverly und dann explodiert wieder irgendwo, Thomas hat mich auch schon angeschaut, da explodiert halt mal wieder irgendwo auf der Erde ein Gebäude. Ja, irgendwas muss, oh, die Föderation geht wieder in die Brüche. Also ich dachte so, wie deutlich wollt ihr es noch haben? Und das ist halt wieder die große, wie du meintest, diese große, anscheinend Verschwörung oder Bedrohung. Ja, das ist so langweilig. Und dann sieht man ja irgendwie noch ein Schiff, was von irgendwelchen Aliens geentert wird. Genau, und dann kommt halt, ja, Picard braucht ein Schiff und da geht er halt zu Riker und dann… Ich hab noch eins im Hangar, warte kurz. Genau. Und ich geh halt, und dann sieht man halt auch die neue Titan. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt eine neue Titan gebraucht haben, weil bei Lower Decks haben wir ja noch die Original-Titan gesehen. Scheint ja schon wieder zu Schrott geflogen worden zu sein. Ich hoffe nicht schon wieder von Beverly, äh, von, von, äh, von Diana, aber… Einparken ist eine Kunst. Ja, ähm, ja, und dann sieht man noch ein paar Gesichter von der alten Crew und, ähm, dann mal gucken, was passiert. Ähm, ja, also ich hab halt auch wirklich Angst, dass es, also mal abgesehen von dieser großen Bedrohung, die du angesprochen hast, dass es halt wieder diese Schnitzeljagd-Geschichte wird. Bitte. Die wir ja schon in Staffel 1 hatten, wo es am Anfang die ganze Zeit, äh, die Hälfte der Staffel drum ging, oh, wir müssen Maddox finden. Dann hatte man ihn für eine Folge und dann war er tot. Und dann wusste man irgendwie auch nicht weiter. Und deswegen, ich, ich hab halt echt Angst, dass das jetzt so eine, wie er auf der Suche nach Dr. Crusher-Staffel wird. Und, ähm, am Ende findet er sie und sie stirbt in seinen Armen oder, ach, ich hab keine Ahnung. Hast du, hast du Zahlen darüber, ob das erfolgreich gelaufen ist, das Ding, die Staffel 2? Ich hab keine Ahnung bei der zweiten Staffel. Ja, damit halten ja Amazon Prime ja auch immer so ein bisschen älter, damit ein bisschen hinter dem Berg Netflix ist, da so ein bisschen, ähm, spendierfreudiger, was so Zahlen belangt. Die sagen ja gerne mal was, wie erfolgreich war. Aber, aber Amazon, da findet man, glaub ich, selten was. Weil ich hab nichts gefunden tatsächlich, also gar nichts. Naja. Naja, wir müssen gucken, auf jeden Fall, äh, was, was sehen wir denn überhaupt in dem, in dem Trailer? Wir sehen auf jeden Fall, wie gesagt, das neue Schiff, die Titan A, ist übrigens ein aufgebohrtes, ähm, äh, Fan-Design. Beziehungsweise, ähm, das irgendwie schon 20 Jahre alt ist oder, oder 15, keine Ahnung, von Bill Krause. Ähm, Shangri-La-Klasse war eigentlich ein, ähm, TOS-Design. Ähm, das haben sie jetzt ein bisschen aufgebohrt. Ähm, Fun Fact, ich hab gelesen, der Typ arbeitet jetzt zufällig in der, ähm, ähm, Video-Effekte-Firma, die, äh, für PK halt, äh, die dritte Staffel macht. Ja. Und da haben, hat er halt, einerseits find ich's cool, wenn sie einfach einen Fan engagieren und der macht jetzt, äh, bringt jetzt sein, sein Design mit. Andererseits, also mir gefällt das schon so ein bisschen, dieses neue Schiff. Ich weiß nicht, ob du's dir angesehen hast. Hab ich, ja. Aber das hat halt wirklich diesen, diesen TOS, äh, Conny, äh, Look. Constitution-Klasse meinst du. Genau. Ähm, ähm, was ich halt von vorne, ähm, find ich halt, ähm, wenn du dich noch an die, äh, Vengeance erinnern kannst, dieses, äh, ja. Monster von einem Schiff aus, äh, jetzt wird's dunkel, äh, Into Darkness. Also richtig dunkel. Und ich find halt, äh, wenn du von vorne auf beide Schiffe guckst, haben sie so ein, dieses ähnliches, eckiges Design, gerade was so, ähm, so um den Deflektor umgeht und so. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ansonsten, ja, ist halt ein Goli-Schiff. Das kommt generell, glaub ich, man fängt's nicht so gut an. Ja, ansonsten ist es halt so ein, ja, sieht halt wie ein Constitution-Schiff aus und man fragt sich halt im 25. Jahrhundert, ja, haben die grad wieder eine Retro-Phase oder warum bauen sie jetzt wieder alte Designs? Das ist wie bei uns, die 80er sind wieder da. Denk ich mir halt auch, dann haben die halt auch ab und zu mal, dann, weißt du, 200 Jahre später, ach, wisst ihr noch, die Designs von vor 200 Jahren, die hatten uns, die, die bauen wir jetzt auch. Ähm, ja, deswegen, das ist, äh, mal gucken. Vor allem ist ja auch die Frage, ähm, wie viel sieht man jetzt wirklich nachher in der Serie wieder von dem Schiff, ähm, im Trailer hatten, haben sie halt wieder sehr viel reingeballert, ähm, aber mit, äh, Schiff-Szenen haben sie's ja nicht so in den neuen, äh, Serien. Mhm. Leider, zumindest nicht bei PK. Was kostet das Geld? Ja. Obwohl, das wäre nicht die Frage, also ich glaube, wenn, das entsteht alles am Rechner, dann kannst du ohne Probleme halt die Kru, die du ohnehin hast, da ran setzen und sagen, bastelt mal ein bisschen was, so, also, ähm, beziehungsweise mit Vorgaben. Ähm, 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 du hattest auch gefragt, was, was wir von Staffel 3 erwarten, ne, also wir sind ja gerade dabei so ein bisschen, und eigentlich will ich dieses Überbordene ja nicht, ich hab's ja gerade schon gesagt, ich erwarte einfach so eine kleine familiäre Geschichte, die wirklich nur die Kru betrifft. Lass doch einfach das Universum draußen. Lass irgendwie meinetwegen so einen alten Feind auftauchen, den die Kru mal irgendwie hatte, ähm, und dann, ähm, wird es halt persönlich. Aber, ähm, lass das Universum doch einfach da, halt es da raus. Wirklich. Lass irgendwie, die Aliens interessieren dann nicht, die irgendwelche Schiffe übernehmen. Lass die weg. So, interessiert, es interessiert keine Sau, wer die sind und wo wer die kommen. Nein. So. Vor allem, ich, wie gesagt, es ist die letzte Staffel von Picard. Versaut das nicht. Dass man Jean-Luc Picard irgendwie auf dem Bildschirm sieht. So. Ähm, oder Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Und das einfach vergeudet eure zehn Folgen Zeit nicht mit Blödsinn und Sachen, die keinen Inhalt haben. Ähm, zeigt uns diesen Mann nochmal. In Action und, ähm, irgendwie, äh, mit einer guten Story. Und halt im besten Fall auch mit seiner alten Crew und halt den, den letzten Überlebenden der, ähm, neuen Picard-Crew. Seven ist ja auch dabei. Ähm, aber, ja, zeigt die nochmal cool zusammen in, in Action. Und, ähm, auch was, 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 ähm, wir ja vorhin, oder, wie gesagt, es sind ja alle mit dabei. Ähm, und ich finde gerade, die, das, was man gesehen hat von, von der alten Besatzung, sie sehen alle echt gut aus. Ähm, das haben sie, und gerade auch Worf als irgendwie, ähm, schneeweißer Samurai-Klingone jetzt. Vor allem Klingone mit richtigem Klingonen-Make-up. Ähm, Disco. Deswegen, also, da ist wieder eine Menge Superpotenzial da. Ja, also, ich, ich will das ja auch, also, ich glaube, wir alle sehen uns danach, die alle wieder zusammenzusehen. Ja. Aber dann bitte, bitte, bitte mit einer vernünftigen Story. Also, und vergeudet einfach nicht die Zeit, die ihr irgendwie mit diesen zehn Folgen habt. Mhm. Weil das ist nicht viel. Nee, das ist nicht viel Zeit. Von einer Serie gleich zur nächsten. Der Start. 16. Februar kommt übrigens PK raus. Da können wir uns ja noch freuen. Dann hoffentlich mit bei Paramount Plus irgendwann mal. Ja. Ja, das wird ja auch noch so ein lustiges Ding. Sie haben angekündigt, ich will da kurz noch reinreiten. Sie haben angekündigt, dass sie es im Dezember sozusagen auf den deutschen Markt bringen. Dann können wir ja alle uns auf Paramount Plus freuen. Juhu, noch eins im Mediendienst. Ähm, ich weiß nicht, warum, sie hatten ja auch schon angekündigt, dass sie es eigentlich 2020 im Frühjahr machen wollten, dass sie hier Paramount Plus empfangbar wäre. Ja. Über Sky und hast du nicht gesehen, aber auch als eigenes Abo. Und ich denke mir so, wo liegt denn bitte das Problem? Was habt ihr, was kriegt ihr nicht gebacken? Sind es die Server? Ist es das Grund, dass wir hier kein Glasfaser in Deutschland haben oder so? Was, was läuft da falsch? Warum kriegt ihr das nicht gebacken? Rechtliche Sachen. Ich habe keine Ahnung, ob da noch irgendwelche Verträge laufen. Keine Ahnung. Aber es ist ja wirklich auch, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz kommen erst, ähm, ab Dezember. Und das ist schon krass, gerade wenn man, wenn es so viele neue Serien gibt, gerade auch wie Strange New Worlds und Prodigy, das ja auch immer noch nicht bei uns gelaufen ist. Immer noch nicht, nach Jahren. Ja, deswegen, ähm, aber gut, ist ja schon bald Dezember, da kann man sich dann drauf freuen. Und, ähm, wir hatten ja befürchtet, dass wir diese Staffel hier auch nicht sehen. Ja, immerhin, ähm, Lower Decks bleibt uns erhalten. Richtig. Und wir sind aktuell bei Folge 3. Ich weiß nicht, ob ihr heute die dritte Folge schon gesehen habt. Dann werden wir da nicht drüber reden. Aber, ähm, wir können ja über den famosen Start, ähm, dieser dritten Lower Decks Staffel reden. Ähm, Tim, wie perfekt war denn die erste Folge der dritten Lower Decks Staffel? Das ist ein Spruch-Suggestiv-Frage. Ähm. Auf, auf einer Skala von 1 bis Steppenwolf. Oh Gott. Du rückst direkt rein, ne? Ähm, die erste Folge hat mich aus den Socken gehauen. Einfach, weil McMahon versteht das immer wieder, so mit dem Hintergrund-Tenor aufzuwarten. Also, während halt Discovery das immer in your face macht, von wegen, wir müssen und bla und wir sind und bla, ähm, kommt das halt bei McMahon durch die Hintertür. Und ich liebe das, weil das ist Star Trek. Die muss es nicht direkt sagen, um es anzusprechen. Und was er hier schafft ist, ich nehme das jetzt mal vorweg, Spoiler, ganz dicke Spoiler. Ja. Ich muss halt, ich muss halt ein bisschen auf den Inhalt eingehen, deswegen, wer die ersten beiden Folgen jetzt noch nicht gesehen hat, sollte jetzt ausschalten und den Podcast später weiterhören. Wenn ihr gerade am Bügeln seid, hört jetzt auf, drückt auf die Pause-Taste. Wenn ihr gerade am Abwaschen seid, auch dieses, ja? Einfach weiter waschen, aber mit dem Podcast stoppen. So, alles klar. Dann, ähm, gehe ich jetzt in die Folgen. Der Inhalt ist ja so, dass, ähm, die Mama von Beckett, Mariner, Mariner heißt sie genau, schon wieder eingesperrt ist, weil sie den Parklet-Planeten offensichtlich in den Luft gesprengt hat oder immer noch, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob das aus der letzten Staffel noch ist. Ja. Ähm, und die steht vor Gericht und, ähm, Mariner traut halt den Statuten und den, dem Rechtssystem der Sternflotte nicht und möchte das halt selber in die Hand nehmen. Und, ähm, da macht sich halt diese Vier-Mann-Cro sozusagen auf, um das nachzuvollziehen und obwohl es Einwände auch von Seiten von Bäumler gibt und von Seiten des Daddys von Mariner, wird das halt durchgezogen und am Ende stellt sich aber raus, hey, hättest eigentlich nie irgendwas machen müssen, denn die Sternflotte regelt. Weil sie sind die Guten. Richtig, genau. Natürlich kann man das jetzt als plakativ wahrnehmen von wegen so, äh, ist ja doof so, ähm, aber es sagt im Prinzip, ähm, dass, ähm, das ist die alte Sternflotte, die wir aus TNG kennen. Ja. So, letzten Endes. Auch da gab es sicherlich Mauschleien, Ungereimtheiten, aber letzten Endes. Bad Marils, genau. Und letzten Endes hält aber die Sternflotte an ihren Statuten fest und das tut sie auch hier. So, sie, ähm, bleibt bei ihren Offizieren und, ähm, ne, untersucht den Fall und wirft die halt nicht so den Hunden zum Fraß vor und sagt halt, naja, für der guten Politik wegen müssen wir jetzt hier bla. So, und, ähm, ich will ja wiedergewählt werden, hast du nicht gesehen. Also, du weißt, was ich meine. Das ist halt irgendwie, das ist... Politik gibt's in der Zukunft nicht mehr. Das ist halt so, das steckt halt alles da drin und das ist halt nur, du siehst aber nur, wie die Charaktere versuchen, die vermeintlich festgesetzte, den vermeintlich festgesetzten Käpt'n zu retten. Ja. Und das steckt aber trotzdem in dieser Episode drin und das ist halt fantastisch gemacht worden. Naja, vor allem, was ich einfach damit auch mit so alten Tropen spiele, ne, wir müssen das Raumschiff klauen. Und, äh, irgendwie Beweise, Beweise finden und, ähm, die Beweise gibt's ja dann irgendwie in Form ein, äh, von, von Bäumlers Logbuch-Einträgen auf der Cerritos. Mhm. Ähm, anscheinend gibt's ja in der Zukunft, äh, keine Cloud. Das heißt, man kann die nicht einfach runterladen, man muss die wirklich nur physisch abholen. Und was mich einfach in dieser Folge, ähm, so begeistert hat, war halt wieder dieser, also, du meintest, McMahon oder, beziehungsweise, ähm, Disco macht viel in your face und, ähm, Lower Decks ein bisschen was, ein bisschen versteckter. Und ich find halt, du merkst halt, dass da, dass jemand diese Serie schreibt, der einer quasi von uns ist, in Anführungsstrichen, der selbst Star Trek-Fan ist und weiß, mit was er uns kriegen kann. Und, wie gesagt, dieser Ausflug nach Boseman, ins Boseman Land quasi, ist das so toll. Schon, schon allein, dass, dass, wenn sie, also, schon wie die Szene anfängt mit dieser, mit dieser, quasi mehr oder weniger Drohnenfahrt über den Wald und dann hörst du schon den Soundtrack von, von First Contact. Ach, großartig. Also, allein da, also, da, da hatte mich die, die Folge spätestens da und ich hatte einfach Gänsehaut und, weil dieser Soundtrack ist einfach so großartig, dieser, wie gesagt, dieser, über diesen Film müsste man eigentlich nochmal einen eigenen Podcast machen. Ja. Ähm, und der spielt einfach mit unseren, mit, erstmal mit unserer Nostalgie, so, die man so als Fan hat und quasi natürlich als, als, man hört das und denkt gleich, oh geil, First Contact. Und dann, dann siehst du halt dieses Boseman Land, was, was einfach inzwischen so ein, so ein, so ein Freizeitpark ist, mit natürlich der Statue und, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen komischen, ähm, ähm, äh, hier, äh, irgendwie, Fressbuden und das, das klingt, vulkanische Schiff ist jetzt eine Rutsche für Kinder und das ist total gut. Und dann, in der einen Bar wird, wird immer nur dasselbe Lied gespielt, Ubi Dobi, das mal, und dann, und die, die Phoenix ist natürlich ein Fahrgeschäft und fliegt, äh, jedes, ähm, alle paar Minuten ins, ins Weltall. Ja, unter anderem auch den Kevin. Hm? Unter anderem auch den Kevin. 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 Ja, auch schön. Kevin, Kevin, ja, und dann, dann, keine Ahnung, das, das, also dieses komplette, es mag irgendwie, ähm, Fanservice sein, aber halt auch auf eine, mehr oder weniger, also, okay, so, so viel ist das. Ich weiß nicht, aber das ist einfach auf eine, auf eine, auf eine Art und Weise, die einfach nicht nur ein Name droppt, ein Name droppt, sondern das halt vernünftig irgendwie in die Story mit eingebaut wurde. Ich fand's aber schlüssig, dass sie einfach gesagt haben, es gibt da diesen Nationalpark oder Vergnügungspark. Genau. Warum auch nicht? Ich meine, hallo, das ist ja immerhin so das, ähm, die Zäsur, die dazu geführt hat, dass sowas wie die, dass es sowas wie die Sternenflotte gibt und dass es eine Föderation gibt. Ja. Warum, klar kann man sich das vorstellen. Du machst so eine Touristenattraktion draus und, ja, und vor allem jeder, der schon mal in so einem Freizeitpark war, das ist einfach so perfekt umgesetzt. Wie gesagt, dieses, da gibt's überall Merchandise und diese tollen Zephyrm Cochran, äh, Cappies, die ich unbedingt mal haben möchte. Ähm, und dann, wenn du da in dieses Fahrgeschäft reingehst, dann, dann sehen sie da dieses, äh, dieses Video von, äh, Zephyrm Cochran. Übrigens super cool, dass sie James Cromwell nochmal bekommen haben, der ja irgendwie auch in einem, in einem Interview dazu mal meinte, ey, ähm, es ist so cool, Animationssachen zu sprechen, weil, äh, du hast nicht den ganzen Stress als Schauspieler und die ganzen Fehler und so können andere rausmachen. Ja, ja, natürlich, klar. Und, ähm, ja, wie gesagt, diese Folge, allein diese paar Minuten, das waren ja wirklich nur ein paar Minuten dieser, dieser Folge in diesem, dieses Both-Man-Segment, bis sie dann auch in der Phoenix sitzen und dann, äh, losfliegen. Und das ist ja quasi fast Szene für Szene oder Einstellung für Einstellung genauso wie, wie bei First Contact. Ähm, das hatte schon mega krassen Nostalgie-Faktor und schon allein dafür hatte mich die Folge. Ja, bei der zweiten musste mir ein bisschen helfen, ich hab zwar den Inhalt noch vor Augen, also zum Beispiel, dass Mariner mit, ähm, Ransom runter muss, um diese Minenarbeiter, beziehungsweise diese, dieses, ähm, Geräte irgendwie zu warten, kann das einfach sein, war das das? Ähm, ich muss, ich glaube, ich musste mir nämlich auch nochmal angucken, weil die zweite Folge, ähm, das ist gruselig, weil ich, ich weiß nur noch, dass sie dieses Spiel gespielt haben. Ja. Dass wir dann auch gespielt haben. Oh Gott, ja, ich erinnere mich, ja. Es gibt, ähm, für Leute daraus, die es nicht wissen, es gibt einen, aus den 90ern, von den B-Spiele, ähm, ja, das sind die mit dem Gong, ähm, gibt es ein Star Trek-Spiel, ähm, das so, so ein typisches, ähm, ich latsch von Feld zu Feld und auf dem Feld passiert was, wenn ich drauf bin, ähm, ähm, Sache ist und dann am Ende muss man irgendwie sozusagen die, ähm, das Schiff retten, indem man halt den entsprechenden Klingonen von der, von der Brücke schmeißt. Und man macht das aber, ähm, vor einem Fernsehgerät damals, vor einem Röhrenmonitor, schiebt eine VHS-Kassette ein und dann spricht der Zwillingsbruder, der böse Zwillingsbruder von Gauron dort und sagt, passt mal auf, ihr, ähm, ihr Maben, ich hab jetzt das Schiff übernommen, ähm, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich bleib jetzt hier sitzen, bis wir Kronos erreichen, so. Ja. Und genau dieses Spiel wird am Anfang der zweiten Episode gespielt, was ich sehr witzig finde, dass sie so, dass sowas… Bisschen adaptiert auf die Zukunft, aber, äh, ja. Sehr schön und, ähm, in der Folge geht's im Prinzip darum, dass Mariner mit Ransom klarkommen muss, weil sie halt dort auf dem Planeten auch ein bisschen ihre Crew retten müssen, Rutherford und der Chefingenieur werden von den Eingeborenen aufgrund eines Vorfalls gefangen genommen und, ähm, Ransom und Mariner müssen halt, ähm, zur Rettung ein. Genau, mit dem, ähm, mit dem, äh, Aufzug, ähm, dann gab's ein bisschen, äh, Fallschirmspringerei und, äh, genau, und der, der Planet hatte einen Vulkan und das… Ja, genau. Und Bäumler und, ähm, ich glaub, ähm, wie heißt die, äh, Orionerin? Tendi. Tendi sind auf dem Schiff unterwegs und er fragt sich halt, er macht ja halt immer alles nach Vorschrift, ne, und, ähm, sie regt ihn dazu an, das mal sein zu lassen und halt mal nicht alles nach Vorschrift zu machen und das führt zu komischen Begebenheiten. Ich hab davon aber keine einzige in meinem Kopf, weil das halt auch so eine Nebenstory war, die am Ende sozusagen darauf, ähm, fußt, dass er, also, dass er so bleiben soll, wie er ist. So, das fand ich eigentlich ganz schön so, das ist halt aber, das ist halt Standard so und spannender fand ich das, was mit Mariner passiert, ähm, diese Annäherung an, 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 an Ransom sozusagen, weil beide so ein bisschen, ja, verrückt sind, schätze ich mal, auf ihre eigene Art und Weise. Wer ist da nicht verrückt in der Serie? Ja, aber, also, die beiden sind sich so von der Machart her durchaus ähnlich und das merken die ja auch, also, das, äh, wird jetzt halt hier wieder angeteasert, ob da noch in späteren Folgen irgendwas kommt, am, am Anfang, also, in den letzten beiden Staffeln hatte man immer das Gefühl, zwischen Bäumner und Mariner läuft irgendwas, ähm, die sind aber sehr freundschaftlich verbunden einfach und da ist eine innige, ähm, sehr innige und enge Freundschaft entstanden, aber Ransom ist halt noch so ein Fragezeichen, so, weil sie himmelt ihn halt schon an, von wegen, oh, der sieht so toll aus, und bla, und der ist hier der Commander und hast du nicht gesehen? ähm, ähm, dient unter meiner Mutter, das klingt falsch, also, ähm, 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 ihr wisst, was ich meine, also, im Prinzip gibt's da diesen Love Interest, ähm, den Commander und muss man halt gucken, wie das weitergeht. Ja, aber weitergehen, ähm, es wurde jetzt schon angekündigt, ein bisschen mehr zu der, äh, aktuellen Staffel, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung zu, äh, Crisis Point, äh, geben, dass, ähm, wenn du dich erinnerst, war in der ersten Staffel diese großartige Holodeck-Episode, wo sie quasi die Filme ein bisschen auf die Schippe genommen haben, wo, äh, Mariner hier einen auf Vindicta gemacht hat und dann, äh, total durchgedreht und das war ja wirklich selbst, wo sie dann am Ende sich selbst gegenüber überstand. Ja. Und, ähm, da gab es jetzt einen kleinen Trailer oder einen Ausschnitt aus der, ähm, zweiten Folge, die jetzt irgendwann, ich glaub, in der, das ist dann Folge acht, sieben oder acht in der aktuellen Staffel, ähm, da wird das vorkommen und das, ähm, oder ausgestrahlt werden und da kommt dann, äh, schreibt wohl Bäumler, äh, eine weitere Folge oder, ähm, so in der Art. Ja, sehr cool, das klingt auf jeden Fall, also, das, äh, klingt sinnvoll und lustig. Ja, ich schick dir auf jeden Fall nochmal den, äh, Link auf jeden Fall, ähm, bin ich gespannt, was deine nächsten Folgen Lower Decks noch präsentiert wird, außer noch mehr Koala-Anspielungen. Wir brauchen mehr Koalas in unseren Fans. Eindeutig, ja. Guckt auf den, auf das Intro. Oder war das Intro? War das Intro? Ja, na, das ist der Bumper vor dem Intro. So, dieses, äh, wenn, wenn die Cerritos einmal durchfährt und dann fliegt und einmal, dann steht da Star Trek. Und im Hintergrund, ähm, Ein Koala, schaut her. Ja. Und, äh, wir müssen noch kurz auf die, die erweiterte, ähm, Vorspann eingehen. Ähm, inzwischen drehen, also, es gibt ja immer diese eine Szene im, im, im Intro von Lower Decks, ähm, diese Borg-Szene, wo die Cerritos davor, ähm, davor, ähm, steht und dann sagt, nee, da, äh, nee, ich bin weg. Ohne mich, genau. Und inzwischen hab ich so das Gefühl, man guckt dann vor allem die Staffel nur noch, oder freut sich immer besonders auf die neue Staffel, ähm, Lower Decks, wenn man fragt, was haben sie jetzt wieder in diese, ähm, diese Szene mit eingebaut. Am Anfang waren es ja wirklich nur, ähm, ich glaub, die, 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 äh, die, äh, Romulaner, danke. Und, äh, die da ein bisschen gegen die Borg gekämpft haben. Dann kam ja irgendwann die Klingon noch dazu und die Pucklet. Und jetzt in der neuen, in der neuen Folge ist dann irgendwie das, äh, das, äh, die kristalline, äh, äh, ähm, Entity ist da irgendwie die Kristalleinheit. Das ist Kristallwiesen, heißt das, glaub ich. Ähm, noch mit drin. Und misch da jetzt auch ein bisschen mit. Ähm, ich frag mich, wie weit und wie lange sie das noch weiter eskalieren können. Also ich weiß nicht, wie viele Staffeln sie da schon sich Gedanken gemacht haben. Ähm, kommt dann irgendwann noch die Wahlsonde und Vija, oder? Oh ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ein paar, ein Wotschiff. Ja, irgendwas, ne? Oder dieses, dieser Weltraumfresser aus Tos. Dieses Riesenwesen, dieser Wurm, wo man reinfliegt und, äh, Schiffe kaputt gehen. Ja, ja, genau. Ja. Wäre auch noch was. Stimmt, also ein bisschen, bisschen, was haben sie noch, was sie mit einbauen können. Aber ich find das großartig. Ja. Ja. Das ist schon eine Ansammlung. Deswegen. Guckt mehr Lower Decks da draußen. Lower Decks, Lower Decks, Lower Decks. Und, äh, und Strange New Worlds würde ich jetzt auch gerne irgendwann mal gucken. Ja, Paramount, macht das bitte möglich. Apropos möglich, ähm, oder nicht möglich. Es gibt Neuigkeiten zu Star Trek 4. Also 4.2 oder was? Oder wie, wie nennen wir den? Weil das ist ja die neue Zeitrechnung. Also der geplant ist, hier zu füllen, der... Es gibt Neuigkeiten seit 2016 zu Star Trek 4. Muss man sich mal vor Augen führen. So lange. Was macht eigentlich Tarantinos Projekt? Ähm. Gar nichts. Leider. Ähm, Tim, da gab es eine Neuigkeit. Da will jemand zurück, da woher gekommen ist. Richtig. Matt Jackman sollte ja eigentlich Star Trek 4, ähm, Regie führen. Das macht er jetzt nicht mehr. Er möchte zurück zu Marvel und möchte dort dann den Fantastic Four, den Fantastischen Vier Reboot drehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ähm, Fantastic Four hat zwei schreckliche Filme hervorgebracht, die man sich nur mit, ähm, sehr viel Alkohol angucken kann. Das heißt, zwei brauchen wir noch, dann sind es die... Richtig, dann ist das Maß voll, sozusagen. Dann sind die Fantastischen und Fantastischen Vier. Es ist halt einfach auch, es ist halt einfach auch ein schwieriges Setting, weil du so viele Leute zusammenbringen musst. Und da möchte er, da möchte er lieber mitmischen als bei Star Trek. Ja, das ist mein Punkt, das ist mein Punkt. Du möchtest lieber das machen als Star Trek 4 zu dringend. Was ist zum Teufel, was stimmt denn nicht mit Paramount? Also irgendwie müssen, entweder sind es die Bedingungen, die nicht stimmen, oder es ist das Franchise, was halt immer nur meckert über alle neuen Sachen, die so kommen. Was? Ja, das hast du ja bei Star Wars auch so, aber... In so einem Franchise? Was? Meckert da irgendwer? Nee, ach Quatsch. Nein. Nee, aber es ist, du machst halt lieber das, anstatt irgendwie Star Trek zu drehen. Und das gibt einem schon zu denken, der Film wird nie was. Kannst du vergessen. Sie müssen das komplett neu machen. Naja, vor allem ist es schon krass, wenn, ich hab jetzt noch grad nochmal geguckt, der Star Trek 4 ist ja eigentlich schon für Dezember nächsten Jahres angekündigt worden. Oh Gott. Dann sollten sie sich relativ schnell jemanden suchen, der da ein bisschen Regie führen kann. Also ich würde mich anbieten, aber ansonsten, falls sie sich irgendjemand anders finden. Chris Pine und auch die anderen Darsteller wussten eigentlich gar nicht, dass die irgendwas in der Richtung drehen werden. Und die freuen sich natürlich, klar, aber die dachten sich, also es wäre schön, wenn man uns mal Bescheid gesagt hätte. Also auch in diese Richtung... Das war ja ein paar jahres schon. In diese Richtung, genau. Auch in diese Richtung funktioniert Paramahans Kommunikation überhaupt nicht. Naja, wir harren der Dinge, die da kommen werden. Ich hoffe, also ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn es da nochmal ein bisschen was Neues geben würde, auch wenn mich die Calvin-Filme ja nie so aus dem Hocker gerissen haben. Wobei der dritte war ja, also Beyond war ja ganz okay. Das ging dann wieder in die richtige Richtung. Ja, absolut. Ja, deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Beziehungsweise bin dann auch mal gespannt, ob es dann irgendwann mal das Crossover geben wird von Calvin, Kirk und Spock und Strange New Words, Kirk und Pike und Spock. Ja. Die gibt es da jetzt ja auch alle. Das wäre mal ganz wichtig. Richtig, richtig, richtig. Wir sollten langsam zum Ende kommen, weil ich mein Sprachzentrum lässt langsam nach. Aber wir haben noch ein paar Punkte, die ich nicht vorenthalten wollte. Denn wie gesagt, ich habe mir ja diesen Stream zum Star Trek Tag angeguckt. Erzähl. Beziehungsweise einen Tag später, weil wir waren ja bei Khan, kann man dann mal machen. Khan, man mal machen. Du musst den Witzen nicht erklären, dann machst du ihn kaputt. Nein, ich habe gehört, das macht die Witze immer besser, wenn man sie dann nochmal erklärt. Ja, total. Nee, ich habe mir das wirklich nochmal angeguckt und das lief nochmal zwei Stunden. Und ich war ja ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen, weil letztes Jahr war schon mal Star Trek Tag. Das ist ja immer ein großes Event am 8.9. und groß gestreamt. Da letztes Jahr haben sie wirklich eine Menge angekündigt. Also viel Neues, nochmal wirklich große Ankündigen, neue Serien und so. Und irgendwie dieses Jahr haben sie sich halt wirklich auf die Serien beschränkt, die es irgendwie schon gibt. Beziehungsweise bei uns halt noch nicht gibt. Und ja, also viel, viel, viel Neues war da nicht. Man hat halt, ich fand das auch immer ein bisschen schade, die haben halt dann immer zu jeder Serie, dann haben sie die Leute mal irgendwie auf die Bühne geholt. Und dann hattest du da Patrick Stewart sitzen und Terry Ryan. Das ist so gut. Der hattest ja Patrick Stewart und Terry Ryan sitzen und Michelle Hurt. Und dann gab es da irgendwie ein paar Minuten so ein bisschen, jeder hat mal eine Frage bekommen und dann wurde ein Trailer gezeigt und dann ging es irgendwie weiter. Und so hat sich halt die ganze Veranstaltung so ein bisschen durchgezogen. Was halt wirklich schade war. Also das hätte man, in den Kommentaren habe ich gelesen, das hätte man jetzt auch in einer halben Stunde hinbekommen können. Richtig. Aber gut. Was halt irgendwie neben den bisherigen, also Picard war halt das Größte, die Ankündigung oder die Präsentation vom Picard-Trailer. Ansonsten gab es eine kleine Discovery Staffel 5 Behind-the-Scenes-Tour, wo man ein bisschen die Sets gesehen hat. War ganz nett. Und eine große Ankündigung gab es für Star-Trek-Online-Spieler hier unter uns. Will Riten gibt sein Star-Trek-Online-Debüt und er wird niemand anderen spielen als den terranischen Imperator. Dieses Spiel ist so verrückt. So verrückt. Die drehen da gerade, glaube ich, völlig frei im Erzählmodus. Also wenn du dir die Geschichten anguckst, die die da... Im guten, verrückten Sinne. Im guten, verrückten Sinne. Aber es ist, wie hat, irgendjemand hat unter die Kommentare, unter irgendeinem Star-Trek-Online-Video geschrieben, Star-Trek-Online-Is-Totally-Bonkers. Also die, es ist halt wirklich komplett am Freitag gerade, was so die Charaktere haben. Die machen alles mit denen, wirklich alles. Die werden einmal komplett durch einen Fleischwolf gedreht und dann hast du irgendwie eine Kate Mulgrew, die da irgendwie als Assassine unterwegs ist und... Kate Mulgrew war ja die Anspielung auf Starship Troopers. Sie war ja auch irgendwie Fleet Admiral oder... Genau. Ja, aber es ist halt komplett frei. Es ist halt, die machen alles Mögliche und das ist aber gut, weil du solche Geschichten, da kommen dann die unwahrscheinlichsten Sachen zusammen. Also Charaktere, die sonst vorher nichts miteinander zu tun hatten. Und das ist halt schon witzig, weil du die Original-Sprecher hast. Eben. Und die machen ihre Sache gut. Das Ding läuft auch noch offensichtlich gut. Es gibt genügend Spieler, die halten ihre Leute mit regelmäßigen Updates bei Laune und es gibt jetzt gerade ganz viele andere MMOs, die das nicht von sich behaupten können. Und von daher... Ja, also ich hatte... Ja? Ja, nee, nee. Ich hatte ja Star Trek Online, also jetzt eine Weile wieder nicht gespielt, aber vor ein paar Monaten habe ich da immer mal wieder ein bisschen was nachgeholt. So nach ein paar Jahren Abwesenheit. Und sie haben auf jeden Fall den Look der verschiedenen Missionen und auch die Spielweise ziemlich... Da haben sie ein bisschen was reingesteckt. Das ist auf jeden Fall deutlich interessanter geworden, abwechslungsreicher als die ersten Jahre. Also da war... Deswegen haben wir nicht da auch irgendwann raus, weil das war dann irgendwie doch alles irgendwie das Gleiche. Und jetzt haben sie einfach so... Deswegen dieses Verrückte. Es fing ja dann irgendwie schon an mit dem Vote. Mit irgendwie... Wo du dann gegen T-Rex campen musst und so. Und dann halt jetzt die aktuelle Reihe mit dem Spiegeluniversum. Was immer wieder cool ist. Also ich war ja immer ein großer Fan vom Spiegeluniversum. In Dosen. Das ist irgendwann... Das ist auch ein bisschen zu klischee-mäßig und überdreht. Aber gerade bei Star Trek Online hat das immer super viel Spaß gemacht. Spätestens seit ich dann meinen Exocom-Begleiter bekommen habe aus dem Spiegeluniversum, hatte mich die Story schon. Nee, und jetzt Reten, der anscheinend wirklich vorher noch nie bei Star Trek Online mitgesprochen hat. Hat er nicht nie. Das hat mich echt verwirrt. Beziehungsweise nicht verwirrt, aber überrascht. Also weil dieses Spiel gibt es ja irgendwie jetzt schon lange. Zehn Jahre? Fünfzehn? Zehn. Und nee, das war irgendwie... Eine Ankündigung, die fand ich ziemlich cool. Die nächste Ankündigung, die ich auch ganz cool fand, weil wir ja vorhin ja auch beim Thema Kahn waren, dass Nicholas Meyer hatte ja mal eine Serie, einen Serienpitch geschrieben für eine Kahn-Serie über seine Zeit auf CETI Alta 5. CETI Alta 5 ist auch schön. CETI Alta 5. Das, wie er dann auch beim Star Trek Tag meinte, aus Gründen, die jenseits von irgendwie allen, die da jetzt aktuell was zu sagen haben, anscheinend irgendwie nie produziert wurde. Beziehungsweise nie Interesse bestand, das zu produzieren. Er hat es halt, wie gesagt, nicht auf die Leinwand geschafft oder auf den Fernseher. Aber die bekommt jetzt eine Podcast-Reihe. Also wie so ein Live-Reading, quasi als Hörbuch. Das ist doch schön. Dann wird es halt in ein anderes Medium übertragen. Genau, er hat da wohl drei Folgen geschrieben und die werden dann als Podcast-Serie kommen. Er hat aber leider noch kein Release-Datum gegeben. Aber ich finde es schön, dass man inzwischen sowas dann auf die Art gerne dann auch mal veröffentlicht. Weil das ist immer dann schade, wenn du irgendwie von irgendwelchen Projekten hörst, die irgendwie geplant sind und die cool sind und die es dann irgendwie nicht ans Licht der Welt schaffen. Und so hat man dann, kriegt man dann wenigstens ein bisschen was mit vom, ja, so ein bisschen wie, oder kriegt dann wirklich noch mit, was es mal hätte werden können und kriegst halt die Story mit. Genau. Ja. Dann lass uns mal zu den Serientipps kommen, die du für uns hast. Wir sind langsam am Ende. Genau. Das, eigentlich Serientipps, guckt eigentlich alles, was im letzten halben Jahr rausgekommen ist. Da war eine Menge. Aber was ich halt jetzt wirklich, wirklich gerne geguckt habe und jetzt vor kurzem auch zu Ende geguckt habe, war halt wieder For All Mankind, die dritte Staffel dieser alternativen Zeitlinien-Serie über die NASA-Mondlandung. Hat halt irgendwie, da hat es damals angefangen und hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und da war jetzt die dritte Staffel. Da ging es ein bisschen um den Mars. Ich will da auch gar nicht drüber zu viel verlieren. zum Ende hin wieder ein bisschen witziger geworden mit ein paar Überraschungen. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, die Staffel. Ich fand es halt dieses Mal in dieser Staffel waren ein bisschen sehr viele Soap-Elemente. Also das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, ey, ich will mehr über die Raumfahrt-Geschichte da irgendwie, über die Raumfahrt-Stories sehen und nicht, wer da mit wem. Und ach, und der hat da den betrogen. Das ist halt immer so ein Stolperstein in Serien. Ja. Dieses Zwischenmenschliche. Dass sie halt versuchen irgendwie, ja, was heißt zwischenmenschlich? Das kannst du ja auch machen, ohne halt so ins Klischee-mäßige Soap-Elemente abzufahren. Ja, das steht immer. Und das, ja, fand ich halt hier dieses Mal ein bisschen sehr störend für mich. Aber ich verstehe natürlich, dass sie versuchen, alle möglichen Zielgruppen mitzunehmen. Aber, ja, so ein bisschen mehr Science-Fiction-Elemente und weniger, oh, der mit dem. Und nein, was, du hast den betrogen? Und was, du bist schwanger? Oh Gott, hätte es auch getan, finde ich. Ansonsten, als Film- und Fernsehfreund kann ich jedem nur gerade Disney Plus empfehlen, nämlich die Doku-Reihe Light & Magic, die über die Entstehungsgeschichte und dann auch den weiteren Verlauf der Geschichte von Industrial Light & Magic handelt. Quasi der Special-Effects-Firma, die George Lucas damals zu Star Wars extra gegründet hat. Und die seit jeher, also, was ein Fakt ist, wo eigentlich müssten wir alle Star Trek-Fans einen großen George Lucas-Schrein irgendwo haben. Denn diese Firma alleine hat so viel auch für Star Trek getan, so viele, also, Zornes Kahn, also das Genesis, dieses Genesis-Erklärvideo. Richtig. Ähm, ist die erste computeranimierte zusammenhängende Sequenz, die jemals irgendwie in einem Kinofilm gezeigt wurde. Ähm, und von da an haben sie ja sehr viel für Star Trek gemacht. Ähm, das heißt, ähm, super spannende Doku-Reihe, guckt euch die auf jeden Fall an. Ähm, und da, dann sieht man einfach mal, wie sehr so ein Mensch einfach so unser komplettes, ja, die ganze komplette Film- und Fernsehlandschaft geprägt hat. Allein was, was, also, das, was man, was man dann auch in der Serie, ähm, sieht, dass, ähm, gerade so die moderne Schnitttechnik, Technik, also diese ganze moderne, also wie, wie heutzutage Filme geschnitten werden, also so dieses Digitale, ähm, ähm, das kam, hat George Lucas erst damals groß angestoßen, beziehungsweise er war einer derjenigen, die da, der da wirklich Geld reingeschossen hat, ähm, weil er dann auch immer wieder sagt, er hat keinen Bock mehr gehabt, äh, irgendwann, äh, immer mit Film, mit, naja, nicht nur, nee, 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 es geht nicht nur um Stop-Motion, sondern einfach ums Schneiden. Er hat keinen Bock gehabt, ähm, immer mit Film zu schneiden, weil das immer eben zu aufwendig war, also wirklich so ein, so eine Filmrolle zu haben und dann vorzuspulen und an einer gewissen Stelle zu schneiden und dann wieder was ranzukleben. Und, ähm, weil er meinte, das war halt so mega aufwendig dann und hat keinen Bock mehr, dass er immer irgendwelche, ähm, Technikassistenten irgendwo hinschickt, in irgendeinem Lager. Ja. Irgendwelche Filmrollen sucht, äh, suchen lässt, äh, mit, mit Material, die, dass er eigentlich schon mal irgendwann rausgeschnitten hatte, aber jetzt wieder einfügen will. Und, ähm, nee, deswegen, er hat da eine Menge für diese, ähm, ganze, ähm, Digitalisierung in der Filmlandschaft getan. Ähm, ja, soviel eigentlich nur von mir, ähm, guckt, guckt euch das an. Ähm, wo gibt's das? Das ist Disney Plus. Ah ja, okay. Und wo, wo finden wir For All Mankind? Apple. Gut. Apple TV. Guckt euch das an. Was mir, ja, ich wollte gerade, wollte gerade ausholen, was mir in letzter Zeit negativ aufgefallen ist, sind, ähm, Kritiker. Ja, ähm, sowohl selbsternannte auf YouTube, als auch. Hast du Kritik auf, an Kritiker? Ich hab Kritik an Kritikern, ja. Ich hab, ähm, die Nase voll. Ich kann nicht mehr. Wirklich, Leute, hört auf mit dem Scheiß. Ähm, ich muss anfangen zu sagen, dass nach Corona jetzt wieder Filme kommen. Das ist erstens eine schöne Sache. Ähm, zweitens will ich aber damit nicht sagen, dass ihr nicht kritisieren sollt, sondern, ähm, lernt bitte euer Handwerk vernünftig. Ähm, es kann nicht sein, dass sich jemand hinstellt und jetzt nach der zweiten Folge, ähm, Rings of Power sich hinstellt und ein YouTube-Video mit dem Thumbnail macht, ich gucke die, ich gucke nicht mehr weiter. Äh, was, was, was geht bei euch im Kopf vor? Ihr könnt doch eine Serie erst bewerten, wenn sie durch ist. So, ich hab auch von einem anderen, von einem anderen, ähm, sehr namhaften Kritiker gehört, ähm, zumindest auf YouTube ist er namhaft, der Behind oder so heißt er, ich glaub, Miri kennt ihn auch, wir hatten da schon mal gesprochen, ähm, auch der hat gesagt, er guckt sich, ähm, er hat, er fand jetzt irgendwie, ähm, Kenobi, ähm, so schlecht, dass er nicht mehr weiterguckt. Das war auch nach der zweiten Episode und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. So, wie kann man denn die Tschuspe besessen, nur weil man, weil ein Franchise gerade so ein bisschen, ähm, von den Fans niedergemacht wird, sich da hinzustellen und dann auch noch darauf, mit den Schuhen draufzutreten, nur weil das gerade in Mode ist. Hat er es denn, hat er es nicht vernünftig begründet? Nein, er hat es nicht vernünftig begründet und ich habe ihm das sehr wortreich unter seinem Video geschrieben. Natürlich kam darauf keine, keine Antwort so, aber ich bin ja auch ein kleines Licht. So, aber, ähm, es gibt, ich, ich, Leute, bitte tut mir eingefallen und hört euch, hört nicht auf diese Kritiker, guckt euch die Filme bitte einfach selbst an und entscheidet dann nicht anhand von irgendwelchen Facebook-Kommentaren unter irgendwelche Teaser oder Trailer. Macht euch das nicht kaputt. Wenn ihr irgendwas toll findet, was von anderen niedergebrüllt wird, hell, also selbst, wenn ihr jetzt Discovery-Fans seid und, ähm, immer wieder von uns hören müsst, wie scheiße wir das finden, dann, wenn ihr es gut findet, ist doch okay. Okay, so, lasst euch das nicht mal nicht reden. Wir versuchen ja auch halbwegs meistens zumindest zu begründen, warum wir manche Sachen vielleicht nicht so cool finden. Ja, und genauso ist es, genauso ist es halt mit Star Wars, da wird auch viel Blödsinn geredet in den Foren und, ähm, ich bin ja so ein Mensch, der nicht an sich halten kann und dann leider auch was zuschreiben muss. Ich habe vor Jahren damit aufgehört, es lohnt sich nicht. Die Leute sitzen halt auf ihrer Meinung und wollen das jedem unter die Nase reiben und dann entstehen halt so lustige YouTube-Folgen oder beziehungsweise YouTube-Episoden, wo Leute sich in der Reihe darüber aufregen, wie scheiße ein Trailer ist, wo das, wo das ganze Ding noch nicht mehr rausgekommen ist. Und dann wird er beim Kleinen gemeckert und zwar an der Farbgebung. Sag mal, geht's noch? Was? Wo leben wir denn? Ich meine, das Ding ist nicht mal draußen und du siehst einen Trailer und willst es dann bewerten und sagst, dir gefällt die Farbgebung nicht, weil es im alten Händeringe besser war, der 20 Jahre alt ist. Also, sag mal, ey, das geht halt nicht. Ja, dann ist das halt eine eigene persönliche Meinung. Das ist ja immer die Frage, wie sehr man sich da... Nein, das sind selbsternannte Filmkritiker, die sich hinstellen und das behaupten und damit auch durchkommen. Ja, aber im Endeffekt ist es halt ihre eigene Meinung. Ja, sicher, klar. Aber sie können sie halt auch nicht vernünftig begründen. Also, das, was ich an Begründung gehört habe, war so fadenscheinlich auswechselbar und austauschbar, dass ich mir halt gesagt habe, so, was soll ich denn jetzt damit? Also, es sagt mir ja, es entspricht nicht meiner sehr Erfahrung. Ja. Es ist halt, es geht nicht auf Inhalte ein. Also, es sagt halt nicht, was genau an der Episode gestört hat, war es ein bestimmter Charakter, der sich irgendwie falsch verhalten hat oder so. Oder wo man das vielleicht aus dem Silmarillion anders kennt oder weiß, weiß ich nicht. Weißt du, das ist dann wieder, wo ich sage so, ja, lass das doch einfach, dann mach halt gar keine Kritik, aber dann halt die Klappe. So, und lass anderen die Freude daran. Gibt ja anscheinend Leute, die das dann anklicken und sich angucken und denken, jep, jep. Also, um es nochmal zu betonen, ich feiere Kenobi sehr hart, auch wenn es da so ein paar Sachen gibt, wie zum Beispiel diese komische Laserschranke, an der man hätte auch vorbeigehen können, aber hey. Was? An wen das nicht? Die Autoren haben gehofft, dass das niemand erkennt. Natürlich nicht. Es gab etliche Memes darüber im Internet. Das Internet vergisst nie und das wird immer, wird dieser Serie immer nachhaften. Aber ich fand es halt trotzdem schön, weil es halt auch hier ja so ein kleines Ding war, worum sich die Hauptstory spannen, wegen der Entführung von Dingelskirchen, der Leer. Und dann halt der Konflikt zwischen Obi-Wan Kenobi und seinem alten Schüler. Und das war halt, es war halt trotzdem schön. Man musste keine, man musste auf keine, man musste keine überbordende Story fürchten. Ich fand es gut. Und das war halt, dass Leia ja auch Kenobi kannte und woher und so. Und nee, ähm, ich hab die Serie auch sehr genossen. Ich fand da sehr vieles, sehr cool. Halt auch wieder der Auftritt von Hayden Christensen halt, die Kampfszenen zwischen beiden. Und natürlich am Ende, weil es eigentlich kommen musste, weil wenn nicht, dann hätte ich es den Autoren schon ziemlich übel genommen. Oder der Serie, dass sie Qui-Gon nochmal gezeigt haben, nachdem sie ihnen einfach die ganze Staffel mehr oder weniger angeteasert haben. Und ich hoffe ja, dass da noch mehr kommt. Es gibt ja so Gerüchte, dass sie eventuell doch noch ein bisschen was nachlegen. Ähm, ich würd's mir freuen. Äh, ich würd's mir freuen. Oh Gott, ich würde mich, können wir zum Ende kommen oder hast du noch Serien? Nee, 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 alles gut. Ich würd mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da noch mehr kommen würde. Die Serien. Jetzt kommt demnächst aber erstmal Andor. Ja, richtig, genau. Ich wollt grad sagen, die Serien, auf die ich mich freue, die sind grad noch in den Startlöchern. Die kommen erst noch. Und darüber sollten wir dann bei nächster Gelegenheit reden, lieber Basti. Andor und, äh, vorhin nochmal wieder einen Trailer, neuen Trailer gesehen zu, Tales of the Jedi. Dies kenn ich noch nicht, siehst du? Das ist quasi, ähm, ähm, so ein paar Kurzgeschichten von, äh, so im, im Clone Wars Stil von Jedi, ähm, ja, Back, Backstories. Worldbuilding, sag ich immer so schön. Ja, sehr schön. Ähm, ein bisschen Count Dooku und, äh, Qui-Gon Backstories, ähm, Ahsoka, wie sie Jedi, also, äh, auserwählt wurde nachher oder dann gefunden wurde von Jedi und sowas. Ja. Geht mal ein bisschen im Trailer. Kann ich hier gerne auch nochmal runterpacken. Ähm, Thomas hatte mich nur vorhin angeschrieben, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Äh, hab ich noch gar nicht gemerkt. Meinte ich so, doch, das haben sie neulich irgendwo mal angekündigt. Ich hab das sehr, sehr wilde Gericht gehört. Nagel mich aber nicht drauf fest, wenn's nicht stimmt. Aber, ähm, wir haben ja, äh, We Spawn Entertainment hat vor ein paar Jahren Fallen Order rausgebracht. Ähm, das, ähm, Star Wars Fallen Order, sagt dir was, ne? Ja, ja, hab ich auch gespielt. Wie heißt er? Ähm, James Monahan oder so, der Schauspieler? Kel Kestis. Kel Kestis, äh, ist die Rolle, genau. Genau, und, ähm, sie planen ja jetzt auch einen zweiten Teil, der fett in der Mache ist. Und, ja, ich bin heiß wie Frittenfett drauf, ne? Ja, ja. Würde jetzt ein bestimmter Sportmachator sagen. Ähm, es ist sogar geplant, dass, ähm, diese Figur irgendeine Form einen Crossover im Serienformat hat. Bei welcher Serie weiß ich jetzt nicht. Aber es ist nur ein Gerücht und es würde mich aber für den Schauspieler derbe freuen, weil der hat erst kleinere Rollen gehabt. Er hat einen großartigen Joker in Gotham geliefert und, ähm, der hätte es wie kein anderer verdient, ähm, mal eine größere Rolle zu bekommen oder einfach mehr Aufmerksamkeit. Die er durch Star Wars definitiv schon genossen hat, ne? Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Und so unwahrscheinlich, also so gerade wie die im Star Wars Universum, äh, ticken, beziehungsweise die Leute hinter den Kulissen, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass, ähm, er es auf jeden Fall nochmal auf die, ähm, ja, auf die Matschreibe schaffen wird. Ja. Ähm, ich würde es ihm wünschen. Ja, auf jeden Fall. So, Tim, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder an die zwei Stunden bald, äh, gequatscht. Ja, genau. Erik, du hast dich jetzt ärgert. Nee, ich bin vorbei. Was? Gar keine drei Stunden? Was geht denn da? Ich musste noch weiterarbeiten. Ähm, tja, tut mir leid, Erik. Äh, sei froh, dass wir uns überhaupt wieder vor die Mikrofone gesetzt haben. Echt mal. Ähm, genau. Wir werden das auf jeden Fall, äh, wieder tun. Hoffentlich auch diesmal nicht wieder, ähm, ein paar Monate verstreichen lassen. Ja, Miri muss jetzt mit dem Basteln aufhören. Es tut uns leid, aber dein Abend ist jetzt gelaufen, weil der Podcast ist jetzt durch. Oder du hörst einfach nochmal von vorne, dann bastel gerne weiter. Ja, stimmt, ja. Lass die Staffel von vorne beginnen. Genau. In diesem Sinne, danke, Tim. Danke, Basti. Für deine Anwesenheit hier in unserem lustigen, äh, Skype, äh, Raumschiff. Dito. Auch wenn es das falsche Franchise ist. Ähm, ihr werdet, äh, wenn ihr den Artikel, äh, zu diesem, äh, äh, Podcast seht, werdet ihr wissen, was wir meinen. Ähm, genau. Ähm, wir haben wieder einiges geschafft diesmal und deswegen will ich auch gar nicht weiterlabern, weil ich muss das ja auch wieder irgendwie schneiden und so. Richtig. Deshalb, ähm, jetzt, äh, macht aus, äh, stoppt mit was auch immer ihr gerade gemacht habt und, äh, gute Nacht oder schlaf weiter oder guckt Star Trek. Ja. Live long and prosper. Und bis dann. Bitkundi. Applostrats. Und bis dann. Vielen Dank.